Agatha Christie, Miss Marples Fälle Teil 2 des Heiligen Petrus »Und nun, Tante Jane, bist du an der Reihe«, sagte Raymond West. »Ja, Tante Jane, und wir erwarten etwas recht Bekanntes«, fiel Joyce Lombrière ein. »Nun, ihr wollt mich wohl verulken, meine Lieben«, sagte Miss Marple gelassen. »Ihr glaubt sicher alle, dass ich wahrscheinlich nichts Interessantes erlebt habe, weil ich mein ganzes Leben in diesem abgelegenen Fleckchen zubrachte.« »Gott behüte, dass ich jemals wieder das Leben in einem dörflich und ereignislos betrachte«, erklärte Raymond leidenschaftlich. »Nicht nach all den schrecklichen Enthüllungen, die wir von dir gehört haben. Die ganze Welt erscheint mir milde und harmlos im Vergleich zu St. Mary Mead.« »Nun, lieber Neffe, die menschliche Natur ist überall ziemlich gleich, und natürlich hat man in einem Dorf bessere Gelegenheit, sie aus der Nähe zu studieren.« »Sie stehen wirklich einzig da«, »Tante Jane«, rief Joyce. »Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, wenn ich Sie Tante Jane nenne. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich es tue.« »Wirklich nicht, meine Liebe?«, fragte Miss Marple. Sie warf Joyce einen merkwürdigen Blick zu, der dem Mädchen die Röte in die Wange trieb. Raymond West wurde ganz nervös und räusperte sich verlegen. Miss Marple sah sie beide an und lächelte wieder. »Es ist natürlich richtig, dass ich ein ereignisloses Leben geführt habe, wie man sozusagen pflegt, und doch habe ich beträchtliche Erfahrungen sammeln können. Manche Ereignisse waren wirklich ganz lehrreich, aber es hat keinen Zweck, davon zu erzählen, da es sich um unwesentliche Dinge handelt. Nein, das einzige Erlebnis, das sie interessieren würde, bezieht sich auf den Mann meiner armen Nichte Mabel. Es geschah vor zehn oder fünfzehn Jahren, und glücklicherweise ist jetzt alles vorbei und vergessen. Die Menschen haben ein kurzes Gedächtnis, und das ist meiner Ansicht nach sehr gut. Mabel ist, wie gesagt, meine Nichte, ein nettes Mädchen, wirklich ein sehr nettes Mädchen, aber leider viel zu arglos. Sie liebte es melodramatisch, und wenn sie aufgeregt war, sagte sie oft ein Wörtchen zu viel. Mit zweiundzwanzig Jahren heiratete sie einen Mr. Denman, und ich fürchte, diese Ehe war nicht sehr glücklich. Ich hatte gehofft, dass diese Zuneigung nicht bis zur Ehe führen würde, denn Mr. Denman schien ein recht jähzorniger Mann zu sein, der nicht viel Geduld für Mabels Schwächen aufbringen würde. Und ich hatte außerdem erfahren, dass Geistesgestörtheit in seiner Familie lag. Aber die jungen Mädchen waren damals genauso eigensinnig wie heute, und das werden sie auch immer bleiben. Mabel heiratete ihn also. Nach ihrer Heirat sah ich sie nur noch selten. Sie besuchte mich ein paar Mal, und sie luden mich wiederholt zu sich ein. Da ich aber nicht gern dorthin wollte, habe ich die Einladungen immer unter irgendeinem Vorwand abgelehnt. Nach zehnjähriger Ehe starb Mr. Denman plötzlich. Es waren keine Kinder da, und er hinterließ Mabel sein ganzes Vermögen. Ich erbot mich natürlich, ihr zu helfen, falls sie mich brauchte, aber sie schrieb mir einen sehr vernünftigen Brief, dem ich entnahm, dass sie nicht gerade vom Kummer überwältigt war. Das erschien mir aber auch ganz natürlich, denn ich wusste, dass die beiden sich schon seit einiger Zeit nicht mehr verstanden. Drei Monate später erhielt ich einen ganz hysterischen Brief von Mabel, in dem sie mich bat, so bald als möglich zu ihr zu kommen, da ihre Lage von Tag zu Tag schlimmer würde, und sie es bald nicht mehr aushalten könnte. Natürlich habe ich meinem Mädchen Clara sofort das Kostgeld gezahlt und das Silber sowie den Deckelkrug von König Charles zur Bank bringen lassen. Dann setzte ich mich in den Zug. Bei meiner Ankunft fand ich Mabel in sehr nervöser Verfassung vor. Ihr Haus war ziemlich groß und behaglich eingerichtet. Eine Köchin und ein Hausmädchen waren vorhanden, ferner eine Pflegerin für den alten Mr. Denman, Mabels Schwiegervater, der, wie man so sagt, nicht ganz richtig im Oberstübchen war. Ganz friedlich und gesittet, aber zu Zeiten entschieden merkwürdig. Wie ich schon sagte, lag Geisteskrankheit in der Familie. Ich war wirklich entsetzt, als ich Mabel so verändert fand. Sie war das reinste Nervenbündel, furchtbar zappelig, und ich hatte doch die größten Schwierigkeiten, sie dazu zu bewegen, mir ihr Herz auszuschütten. Schließlich habe ich alles auf indirektem Weg erfahren. Ich erkundigte mich nach ihren Freunden, den Gallagher's, die sie immer in ihren Briefen erwähnte. Zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass sie sich kaum noch sahen. Auf meine Fragen nach den anderen Freunden erhielt ich die gleiche Antwort. Ich redete auf sie ein und betonte, wie töricht es sei, zu grübeln und vor allen Dingen, sich von seinen Freunden loszusagen. Dann rückte sie endlich mit der Wahrheit heraus. Es liegt nicht an mir, sondern an den anderen. Keine Menschenseele will hier mit mir reden. Wenn ich die High Street hinuntergehe, verschwinden sie alle nur, um mir nicht zu begegnen oder nicht mit mir sprechen zu müssen. Ich komme mir vor wie eine Aussätzige. Es ist furchtbar, und ich kann das nicht länger ertragen. Ich fühle mich gezwungen, das Haus zu verkaufen und ins Ausland zu gehen. Jedoch sehe ich nicht ein, warum ich mich vertreiben lassen soll. Ich habe doch nichts getan. Ich war über alle Maßen beunruhigt. »Meine liebe Mabel«, erwiderte ich, »du setzt mich in Erstaunen. Was ist die Ursache für dieses merkwürdige Verhalten?« Schon als Kind war Mabel ein schwieriges Persönchen gewesen, und ich hatte die größte Mühe, eine klare Antwort auf meine Frage zu bekommen. Sie sprach erst ganz allgemein von bösem Geschwätz und müßigen Leuten, die nichts anderes im Sinne hätten als Klatsch und Tratsch, und von Leuten, die anderen einen Floh ins Ohr setzten. »Das ist mir alles klar«, erwiderte ich, »offenbar geht ein Gerücht über dich um. Aber was für ein Gerücht das ist, musst du genauso gut wissen wie die anderen, und du solltest es mir jetzt sagen.« »Es ist so boshaft«, stöhnte Mabel. »Natürlich ist es boshaft«, erklärte ich. »Es gibt nichts in der menschlichen Gesinnung, das mich noch überraschen könnte. Mabel, willst du mir endlich in schlichten Worten erzählen, was die Leute über dich reden?« Dann kam alles ans Licht. Offenbar gab der plötzliche und unerwartete Tod von Joffrey Denman Anlass zu allen möglichen Gerüchten, die darauf hinausliefen, dass Mabel ihren Mann vergiftet habe. »Wie Sie wohl alle wissen, gibt es nichts Grausameres als Geschwätz, und nichts lässt sich so schwer bekämpfen. Wenn Leute hinter unserem Rücken reden, können wir nichts abstreiten, und das Gerücht schwillt zu ungeheuren Ausmaßen an. Von einer Sache war ich ganz überzeugt. Mabel war völlig unfähig, jemanden zu vergiften, und ich sah nicht ein, warum ihr Leben ruiniert und ihr Heim für sie unerträglich gemacht werden sollte, nur, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach irgendeine Torheit begangen hatte. »Von nichts kommt nichts«, bemerkte ich. »Nun, Mabel, du musst mir sagen, was die Leute zu diesem Geschwätz veranlasst hat. Es muss irgendetwas vorgefallen sein.« Mabel begann zu faseln und erklärte, es sei nichts gewesen, aber auch gar nichts. Nur sei Joffreys Tod eben sehr plötzlich eingetreten. An dem betreffenden Abend habe er sich beim Abendessen anscheinend noch sehr wohl gefühlt und sei in der Nacht dann heftig erkrankt. Man habe den Doktor kommen lassen, aber der arme Joffrey sei wenige Minuten nach Ankunft des Arztes verschieden. Der Tod sei dem Genuss giftiger Pilze zugeschrieben worden. Nun, meinte ich, ein so plötzlicher Tod kann natürlich die Zungen in Bewegung setzen, aber nicht ohne zusätzliche Tatsachen. Hast du dich mit Joffrey gestritten oder dergleichen? Sie gab zu, dass sie morgens beim Frühstück eine heftige Auseinandersetzung gehabt hatten. »Und das haben die Dienstboten wohl gehört?«, fragte ich. »Sie waren nicht im Zimmer.« »Nein, liebes Kind, aber wahrscheinlich standen sie draußen, ziemlich nah an der Tür.« Ich kannte die Tragweite von Mabels hoher hysterischer Stimme nur zu gut, und Joffrey Denman sprach auch nicht gerade leise, wenn er zornig war. »Worüber habt ihr denn gestritten?«, fragte ich. »Oh, über die üblichen Dinge. Es war immer das Gleiche. Eine Kleinigkeit gab den Anlass. Dann wurde Joffrey unmöglich, und ich sagte etwas Abscheuliches und gab ihm zu verstehen, was ich von ihm hielt.« »Demnach habt ihr euch ja häufig gestritten, nicht wahr?«, fragte ich. »Es war nicht meine Schuld.« »Mein liebes Kind, wessen Schuld es war, spielt gar keine Rolle. Das steht nicht zur Debatte.« »An einem solchen Ort sind die Privatangelegenheiten eines jeden Menschen mehr oder weniger öffentliches Eigentum.« »Du und dein Mann, ihr habt euch dauernd gestritten.« »Eines Morgens hattet ihr einen besonders heftigen Krach, und am selben Abend starb dein Mann eines plötzlichen und geheimnisvollen Todes.« »Ist das alles, oder gibt es noch etwas anderes?« »Ich weiß nicht, was du unter etwas anderem verstehst,« antwortete sie verstockt. »Genau das, was ich sage, liebes Kind.« »Wenn du irgendetwas Törichtes getan hast, dann rede jetzt um Gottes Willen darüber, denn ich möchte ja alles tun, was ich kann, um dir zu helfen.« »Nichts, niemand kann mir helfen,« rief Mabel verzweifelt, »außer dem Tod.« »Glaube etwas mehr an die Vorsehung, liebes Kind,« riet ich ihr. »Also, Mabel, ich weiß genau, dass du mir etwas verheimlichst.« Ich wusste stets, selbst als sie noch ein Kind war, wenn sie mir nicht die volle Wahrheit sagte. Na, es dauerte ja eine ganze Weile, aber schließlich bekam ich es heraus. Sie war an jenem Morgen zur Apotheke gegangen und hatte Arsenik gekauft. Sie musste natürlich ihren Namen eintragen, und der Apotheker hatte selbstverständlich nachher geschwatzt. »Wer ist euer Arzt?« fragte ich. »Dr. Rawlinson.« Ich kannte ihn vom Sehen. Mabel hatte mich einmal auf ihn aufmerksam gemacht. Er war, wenn ich mich etwas derb ausdrücken darf, ein alter Trottel. Ich habe zu viel Lebenserfahrung, um an die Unfehlbarkeit der Ärzte zu glauben. Manche unter ihnen sind klug und andere wieder nicht, und sehr oft wissen die Besten nicht, was einem fehlt. Ich persönlich will mit Ärzten und ihren Mixturen nichts zu tun haben. Ich ließ mir die Sache durch den Kopf gehen. Dann setzte ich meinen Hut auf und stattete Dr. Rawlinson einen Besuch ab. Der Eindruck, den ich von ihm hatte, wurde bestätigt. Er war ein netter, alter Mann, freundlich, vage, jammervoll, kurzsichtig, etwas taub und dazu in höchstem Grade, reizbar und empfindlich. Er war sofort in seinem Fahrwasser, als ich Joffrey Danmans Tod erwähnte, und hielt mir einen langen Vortrag über essbare und giftige Pilze. Er hatte die Köchin befragt, und sie hatte zugegeben, dass einige der Pilze ein wenig merkwürdig ausgesehen hätten, aber da sie aus einem Laden geschickt worden waren, hatte sie angenommen, dass sie in Ordnung seien. Je mehr sie seitdem darüber nachdachte, desto tiefer war sie davon überzeugt, dass das Aussehen der Pilze ungewöhnlich war. »Das kann ich mir lebhaft vorstellen«, sagte ich, »zunächst waren es in ihren Augen wohl ganz normale Pilze, und zum Schluss wurden sie Orangefarben mit lila Flecken. Es gibt wohl nichts, das diesen Dienstboten nicht einfällt, wenn sie sich lange genug mit einer Sache beschäftigen.« Aus den Worten des Doktors schloss ich, dass Denman nicht mehr sprechen konnte, als der Arzt eintraf. Auch konnte er nicht schlucken, und starb nach wenigen Minuten. Der Doktor schien völlig von der Richtigkeit des Totenscheins, den er ausgestellt hatte, überzeugt zu sein, doch wie viel davon auf Starrköpfigkeit und wie viel auf echtem Glauben beruhte, vermochte ich nicht zu entscheiden. Ich ging sofort wieder nach Hause und fragte Mabel, warum sie Arsenik gekauft habe, worauf Mabel in Tränen ausbrach. »Ich wollte mir das Leben nehmen«, stöhnte sie, »ich war zu unglücklich und dachte, es sei am besten, allem ein Ende zu machen.« »Hast du das Arsenik noch?«, fragte ich. »Nein, ich habe es fortgeworfen.« Ich saß da und ließ mir die Dinge durch den Kopf gehen. »Was geschah, als dein Mann krank wurde? Hat er dich gerufen?« »Nein«, sie schüttelte den Kopf. Er klingelte heftig. Er muss mehrere Male geläutet haben, schließlich hörte es Dorothy das Hausmädchen. Sie weckte die Köchin auf, und sie kamen zusammen nach unten. Als Dorothy ihn sah, bekam sie Angst, denn er fantasierte im Fieberwahn. Sie ließ die Köchin bei ihm zurück und kam gleich zu mir. Ich stand auf und ging zu ihm. Natürlich sah ich sofort, dass er schwer krank war. Zum Unglück war Brewster, die den alten Mr. Denman betreut, in dieser Nacht nicht da, und wir anderen wussten nicht, was wir tun sollten. Ich schickte Dorothy zum Arzt und blieb mit der Köchin bei ihm. Doch nach einer kurzen Weile konnte ich es nicht mehr ertragen. Es war zu schrecklich. Ich rannte in mein Zimmer zurück und schloss die Tür ab. »Sehr selbstsüchtig und unfreundlich von dir«, bemerkte ich, »und du kannst dich darauf verlassen, dass dieses Benehmen dir sehr geschadet hat. Die Köchin wird überall davon erzählt haben. Das ist eine sehr dumme Geschichte.« Dann sprach ich mit den Dienstboten. Die Köchin fing gleich von den Pilzen an, aber ich schnitt ihr das Wort ab. Von diesen Pilzen hatte ich allmählich genug. Stattdessen erkundigte ich mich genau nach der Verfassung ihres Herrn in jener Nacht. Alle beide stimmten darin überein, dass er große Qualen litt, nicht zu schlucken vermochte und nur mit erstickter Stimme sprechen konnte, und wenn er sprach, war es nur ein sinnloses Fantasieren. »Was sagte er denn, wenn er fantasierte?«, fragte ich neugierig. »Irgendetwas von einem Fisch, nicht wahr?«, wandte sich die Köchin an Dorothy. Dorothy nickte. »Ja, Pillen und Fisch, oder irgendsonst ein Unsinn. Ich habe sofort erkannt, dass er nicht richtig bei Verstand war, der arme Herr.« Das ergab natürlich keinen Sinn. Zu guter Letzt ging ich nach oben und stattete Brewster einen Besuch ab. Sie war eine hagere Frau von etwa fünfzig Jahren. »Es ist ein Jammer, dass ich in jener Nacht nicht hier war,« meinte sie. »Niemand scheint sich seiner angenommen zu haben, bis der Arzt kam.« »Ich glaube, er befand sich im Fieberwahn,« sagte ich zweifelnd. »Aber das ist doch kein Symptom von Pilzvergiftung, nicht wahr?« »Das kommt darauf an,« entgegnete Brewster. »Ich erkundigte mich nach ihrem Patienten.« Sie schüttelte den Kopf. »Ihm geht es ziemlich schlecht.« »Schwach?« »Oh nein, körperlich ist er stark genug, abgesehen von seinen Augen, die sehr schlecht sind. Er mag uns alle überleben, aber mit seinem Verstand geht es rapide bergab. Ich habe Mr. und Mrs. Denman bereits gesagt, dass er eigentlich in eine Anstalt gehört, aber Mrs. Denman wollte gar nichts davon wissen.« »Eines muss ich Mabel zugestehen. Sie hat ein gutes Herz.« Nun, ich überlegte mir das Ganze noch einmal nach allen Richtungen hin und kam zu dem Schluss, dass uns nur noch ein Ausweg blieb. Angesichts der umherschwirrenden Gerüchte mussten wir die Exhumierung der Leiche beantragen und eine richtige Leichenschau vornehmen lassen, damit die verleumderischen Zungen für immer zum Schweigen gebracht wurden. Mabel machte natürlich ein großes Theater, hauptsächlich aus sentimentalen Gründen. Man solle den Toten nicht in seiner Ruhe stören und dergleichen, aber ich blieb fest. Ich will mich bei diesem Teil der Geschichte nicht lange aufhalten. Kurz und gut, wir erhielten die Erlaubnis für die Exhumierung, und es wurde eine Leichenschau veranstaltet. Jedoch, das Ergebnis war nicht so befriedigend, wie ich mir das gedacht hatte. Es war keine Spur von Arsenik vorhanden, und das war nur gut, aber der Bericht lautete, es lässt sich nicht feststellen, wodurch der Verstorbene zu Tode gekommen ist. Damit war also die missliche Lage noch nicht geklärt. Die Leute klatschten weiter, sprachen von seltenen Giften, die keine Spuren hinterließen, und ähnlichem Unsinn. Ich redete mit dem Pathologen, der die Leiche untersucht hatte, und stellte ihm mehrere Fragen. Obwohl er sich nach Kräften bemühte, sich vor Antworten zu drücken, bekam ich doch aus ihm heraus, dass er die giftigen Pilze für eine höchst unwahrscheinliche Todesursache hielt. Eine gewisse Idee spukte mir im Kopf herum, und ich fragte ihn, was für ein Gift in diesem Fall eventuell infrage käme. Er hielt mir einen langatmigen Vortrag, von dem ich kaum etwas verstand, das will ich gerne zugeben, aber der Kernpunkt war dieser. Der Tod hätte durch ein starkes Pflanzenalkaloid hervorgerufen worden sein können. Ich hatte nämlich folgende Idee. Angenommen, Geoffrey Denman hätte auch die Anlage zur Geistesgestörtheit geerbt. Wäre es dann nicht möglich gewesen, dass er sich das Leben genommen hätte? Er hatte früher einmal Medizin studiert und sicher gute Kenntnis von Giften und ihren Wirkungen gehabt. Das klang zwar etwas dünn, aber es war die einzige Erklärung, die mir einfiel, und ich war fast am Ende meines Lateins, das kann ich Ihnen versichern. Jetzt werden die modernen jungen Leute unter Ihnen wahrscheinlich lachen, aber wenn ich tief in der Klemme stecke, dann sage ich immer ein kleines Gebet vor mich hin, ganz gleich, wo ich mich aufhalte, ob auf der Straße oder in einem Laden. Und ich bekomme stets eine Antwort, manchmal in Form einer unwesentlichen Kleinigkeit, die anscheinend gar nichts mit der Sache zu tun hat. An dem Morgen, von dem hier die Rede ist, ging ich nun die High Street hinunter und betete inbrünstig. Ich schloss die Augen, und was meinen Sie wohl, worauf mein erster Blick fiel, als ich sie wieder öffnete? Fünf Gesichter richteten sich voller Spannung auf Miss Marple. Es lässt sich jedoch mit Sicherheit annehmen, dass keiner der Anwesenden die richtige Antwort auf diese Frage gefunden haben würde. Ich sah, versicherte ihnen Miss Marple mit großem Nachdruck, das Schaufenster eines Fischladens. Es lag nur ein Gegenstand darin, und das war ein frischer Schellfisch. Sie blickte triumphierend um sich. Oh mein Gott, stöhnte Raymond West, als Antwort auf ein Gebet, ein frischer Schellfisch. Ja, Raymond, tadelte Miss Marple, und du brauchst gar nicht zu lästern. Gottes Hand ist überall. Das Erste, was ich sah, waren die schwarzen Flecke, die Daumenabdrücke des heiligen Petrus, wie es in der Legende heißt. Und das gab mir eine klare Einsicht. Ich brauchte Glauben, den felsenfesten Glauben des heiligen Petrus. Ich brachte die beiden Dinge miteinander in Zusammenhang, Glaube und Fisch. Sir Henry schnäuzte sich eiligst die Nase. Joyce biss sich auf die Lippe. Da kam mir ein Gedanke. Die Köchin und das Hausmädchen hatten beide erwähnt, dass der sterbende Mann das Wort Fisch ausgesprochen habe. Ich war völlig davon überzeugt, dass die Lösung des Geheimnisses in den beiden Worten des sterbenden Mannes zu finden sei. Ich kehrte nach Hause zurück mit dem festen Entschluss, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich nahm mir die Köchin und das Hausmädchen getrennt vor und fragte die Köchin, ob sie ganz sicher sei, dass ihr Herr die Worte Pille und Fisch gebraucht habe. Sie versicherte es noch einmal. Wie lauteten die Worte genau, fragte ich. Hat er etwa eine besondere Art von Fisch erwähnt? Ja, richtig, erwiderte die Köchin. Es war eine besondere Art von Fisch, aber was für eine Sorte kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Was war es doch nur? Barsch oder Hecht? Nein, 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 es fing nicht mit einem Haar an. Dorothy entsann sich ebenfalls, dass ihr Herr eine besondere Fischart erwähnt hatte. Ein ungewöhnlicher Fisch war es, meinte sie. Und das Wort Pille hat er auch gebraucht? Ja, es klang jedenfalls so. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Es ist schwer, sich an die eigentlichen Worte zu erinnern, nicht wahr, Miss? Besonders, wenn sie keinen Sinn ergeben. Aber wenn ich es mir richtig überlege, ist mir doch klar, dass es das Wort Pille war. Und der Fisch begann mit einem K. Aber es war nicht Kabeljau oder Klippfisch. Bei dem, was nun folgt, bin ich richtig stolz auf mich, weil ich natürlich von Drogen nichts verstehe. Ein ekliger, gefährlicher Kram in meinen Augen. Aber ich wusste, dass verschiedene medizinische Bücher im Haus existierten. Ich nahm sie mir vor und fand in einem Band ein alphabetisches Verzeichnis von Drogen. Erst suchte ich unter K, fand aber nichts, das passte. Dann begann ich mit P und sehr bald stieß ich auf. »Was meinen Sie wohl?« Sie blickte sich im Kreise um und verlängerte den Augenblick ihres Triumphes. »Pilokarpin!« Man stelle sich vor, ein Mann, der kaum sprechen konnte, versucht, dieses Wort herauszubringen. Wie würde es in den Ohren einer Köchin klingen, die das Wort nie gehört hatte? Würde sie nicht den Eindruck gehabt haben, er habe »Pille und Karpfen« gesagt? »Wahrhaftig«, rief Sir Henry erstaunt. »Darauf wäre ich nie gekommen«, gab Dr. Penn dazu. »Höchst interessant«, meinte Mr. Petherick, »wirklich höchst interessant.« Ich schlug rasch die im Verzeichnis angegebene Seite auf, fuhr Miss Marple fort und las, was da stand über Pilo Karpin und seine Wirkung auf die Augen und vieles andere, das mit unserem Fall nichts zu tun zu haben schien. Aber schließlich stieß ich auf eine höchst bedeutsame Stelle, ist mit Erfolg als Gegengift bei Atropinvergiftung angewandt worden. Da fiel es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen. »Das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte ja nie richtig daran geglaubt, dass Joffrey Denman Selbstmord begangen hatte. Diese neue Lösung war nicht nur möglich, sondern ich war fest überzeugt, dass sie die einzig richtige war, denn jede Tatsache ergab sich logisch aus der anderen.« »Ich mache erst gar nicht den Versuch zu raten«, erklärte Raymond. »Erzähl weiter von deiner auffallenden Entdeckung, Tante Jane.« »Von Medizin habe ich natürlich keine Ahnung, aber eines wusste ich. Als meine Augen schlecht wurden, verordnete mir der Arzt Tropfen, die Atropinsulfat enthielten.« Ich marschierte schnurstracks nach oben in das Zimmer des alten Mr. Denman. »Mr. Denman«, sagte ich, »warum haben Sie Ihren Sohn vergiftet?« Er blickte mich eine Weile an, und ich muss sagen, er war ein ziemlich gutaussehender alter Herr und brach dann in ein schallendes Gelächter aus. »Es war das boshafteste Lachen, das ich je gehört hatte. Ich bekam eine richtige Gänsehaut.« »Ja«, antwortete er, »nun bin ich quitt mit Joffrey. Ich war zu klug für ihn. Er wollte mich in eine Anstalt stecken, nicht wahr? Ich habe wohl gehört, wie Sie darüber gesprochen haben. Mabel ist ein gutes Mädchen. Mabel trat für mich ein, aber ich wusste, dass sie sich auf Dauer nicht gegen Joffrey behaupten konnte. Letzten Endes hätte er doch seinen Willen bekommen, wie immer. Aber ich habe mit ihm abgerechnet, habe mit meinem liebevollen Sohn abgerechnet. In der Nacht habe ich mich hinuntergeschlichen. Es war ganz leicht. Brewster war ja fort. Mein teurer Sohn schlief bereits. Neben seinem Bett stand ein Glas Wasser, das er immer trank, wenn er mitten in der Nacht aufwachte. Ich goss es aus und füllte meine Augentropfen in das Glas. Wenn er aufwachte, würde er sie ahnungslos hinunterschütten. Es war nur ein Esslöffel voll, aber genug, völlig genug. Und er hat sie dann auch getrunken. Am nächsten Morgen kamen sie alle zu mir und brachten es mir ganz schonend bei. Sie hatten Angst, es würde mich zu sehr aufregen. Damit ist die Geschichte zu Ende. Der arme alte Mann wurde natürlich in eine Anstalt gebracht. Er war für seine Tat nicht verantwortlich. Sobald die Wahrheit bekannt wurde, brachte man Mabel wieder Sympathien und Freundschaft entgegen, und man konnte nicht genug tun, um den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Aber wenn Joffrey nicht gemerkt hätte, was für einen Stoff er geschluckt hatte und nicht versucht hätte, das Gegengift zu nennen, das man ihm unverzüglich holen sollte, wäre die Wahrheit wahrscheinlich nie an den Tag gekommen. Ich glaube, bei einer Atropinvergiftung sind ganz bestimmte Symptome vorhanden, erweiterte Pupillen und dergleichen, aber der arme alte Dr. Rawlinson war, wie ich schon erwähnte, sehr kurzsichtig. Und in demselben medizinischen Werk, in dem ich weiterlas, manches war höchst interessant, wurden die Symptome von Pilzvergiftung und Atropinvergiftung beschrieben, und sie waren sich in ihren Auswirkungen nicht unähnlich. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich niemals frischen Schälfisch gesehen habe, ohne an die Daumenabdrücke des heiligen Petrus zu denken. Es entstand eine lange Pause. Meine liebe Freundin unterbrach Mr. Petherick das Schweigen. Meine sehr liebe Freundin, Sie sind geradezu erstaunlich. Ich werde Scotland Yard empfehlen, sich bei Ihnen Rat zu holen, erklärte Sir Henry. Aber eins, liebe Tante Jane, sagte Raymond, weißt du jedenfalls nicht. Doch, mein lieber Neffe, es geschah gerade vor dem Essen, nicht wahr? Als du Joyce mit in den Garten nahmst, um den Sonnenuntergang zu bewundern, die Stelle an der Jasmin-Hecke ist sehr beliebt. Dort hat vor Jahren auch der Milchmann unserer Annie gefragt, ob er das Aufgebot bestellen dürfe. Zum Kuckuck, Tante Jane. Verdirbt nicht alle Romantik, Joyce und ich sind nicht wie der Milchmann und Annie. Da bist du aber auf dem Holzweg, lieber Neffe. Die Menschen sind sich alle sehr ähnlich. Aber es ist vielleicht ein Glück, dass sie es nicht merken. Die blaue Geranie Als ich letztes Jahr in dieser Gegend war, Sir Henry Clithering brach ab und seine Gastgeberin, Mrs. Bantry, schaute ihn neugierig an. Der ehemalige Kommissar von Scotland Yard war bei seinen alten Freunden Colonel Bantry und seiner Frau zu Besuch, die in der Nähe von St. Mary Mead lebten. Mrs. Bantry überlegte gerade, wen sie wohl für den Abend als sechsten Gast zum Essen einladen sollte und bat Sir Henry um Rat. Wen könnten Sie vorschlagen, ermunterte sie ihn. Sagen Sie, kennen Sie eine Miss Marple? fragte Sir Henry. Mrs. Bantry war überrascht. Das hatte sie am allerwenigsten erwartet. Miss Marple? Wer kennt sie wohl nicht? Die typische alte Jungfer. Ein sehr netter Mensch, aber hoffnungslos hinter dem Mond. Wollen Sie etwa, dass ich Sie zum Essen einlade? Überrascht Sie das? Ein wenig, muss ich gestehen. Das hatte ich gar nicht erwartet, aber vielleicht haben Sie einen besonderen Grund? Der besondere Grund ist ganz einfach. Als ich im vergangenen Jahr hier war, pflegten wir unaufgeklärte, geheimnisvolle Begebenheiten zu erörtern. Wir waren fünf oder sechs Personen. Raymond West, der Schriftsteller, regte diesen Zeitvertreib an. Jeder von uns erzählte eine Geschichte, deren Ausgang nur dem Erzähler bekannt war. Aber das sollte unser Denkvermögen auf die Probe stellen, um zu sehen, wer der Wahrheit am nächsten kam. Na und? Wir hatten nicht angenommen, dass Miss Marple mitmachen würde, aber wir waren höflich, wollten ihre Gefühle nicht verletzen. Und nun kommt das Schönste vom Ganzen. Die alte Dame übertrumpfte uns mit ihrem Scharfsinn jedes Mal. Das ist doch nicht möglich. Ich gebe Ihnen mein Wort. Jedes Mal traf sie den Nagel auf den Kopf. Wie merkwürdig! Dabei hat die gute alte Miss Marple St. Mary Me so gut wie nie verlassen. Ach, aber gerade das hat ihr, wie sie selbst sagt, unbegrenzte Gelegenheit gegeben, die menschliche Natur zu beobachten. Unter dem Mikroskop sozusagen. Daran mag schon etwas Wahres sein, räumte Mrs. Bantry ein. Man kann zumindest die kleinlichen Seiten der Leute kennenlernen. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich interessante Fälle zu bieten haben. Wir werden wohl ihr Arthas Geistergeschichte nach dem Essen vorsetzen müssen. Ich wäre dankbar, wenn sie dafür eine Lösung fände. Ich wusste gar nicht, dass Arthur an Geister glaubt. Das tut er auch nicht. Darum beunruhigt ihn die Sache ja so. Und es ist seinem Freund George Pritchard, einem ganz prosaischen Menschen, passiert. Für den armen George ist es eigentlich ziemlich tragisch. Entweder ist diese ungewöhnliche Geschichte wahr oder... Oder was? Mrs. Bantry antwortete nicht gleich. Nach einer Weile sagte sie, ohne auf seine Frage einzugehen, Wissen Sie, ich mag George gern. Jeder mag ihn. Man kann einfach nicht glauben, dass er... Aber die Menschen bringen die seltsamsten Dinge fertig. Sir Henry nickte. Davon konnte er ein Lied singen. Das wusste er besser als Mrs. Bantry. So kam es, dass Mrs. Bantry abends, als ihre Augen prüfend um den Esstisch wanderten, sie zitterte dabei ein wenig, denn das Esszimmer war wie die meisten englischen Esszimmer außerordentlich kalt, ihren Blick auf der sehr aufrechten Gestalt der alten Dame ruhen ließ, die zu Rechten ihres Mannes saß. Miss Marple trug schwarze, fingerlose Spitzenhandschuhe, ein Spitzentuch war um ihre Schultern drapiert, und ein weiteres Stück Spitze thronte auf ihrem weißen Haar. Sie unterhielt sich lebhaft mit dem älteren Arzt Dr. Lloyd über das Armenhaus und die mutmaßlichen Fehler der Gemeindeschwester. Mrs. Bantry wunderte sich von Neuem. Sie fragte sich sogar, ob Sir Henry sich vielleicht einen Scherz mit ihr erlaubt habe, aber das schien unwahrscheinlich. Unglaublich, dass seine Behauptungen wahr sein sollten. Ihr Blick wanderte weiter und ruhte liebevoll auf dem leicht geröteten Gesicht ihres breitschültrigen Mannes, der mit Jane Hellyer, der schönen und allgemein beliebten Schauspielerin, über Pferde redete. Jane, die in Wirklichkeit noch schöner war als auf der Bühne, schlug ihre ungeheuren blauen Augen auf und sagte von Zeit zu Zeit taktvoll, »Wirklich? Was sie nicht sagen! Wie seltsam!« Sie verstand nichts von Pferden, und es war ihr auch völlig gleich. »Arthur«, rief Mrs. Bantry, »du treibst die arme Jane noch an den Rand der Verzwangst.« »Lass die Pferde ruhen und erzähl ihr lieber deine Geistergeschichte. Du weißt doch, George Bridget.« »Wie bitte, Dolly?« »Ach, aber ich weiß nicht recht.« »Sir Henry möchte sie auch hören. Ich habe heute Morgen mit ihm darüber gesprochen. Es wäre interessant zu erfahren, was die anderen dazu meinen.« »Oh ja, bitte«, rief Jane, »ich liebe Geistergeschichten.« »Nun«, Colonel Bantry zögerte ein wenig, »ich habe nie an das Übernatürliche geglaubt, aber diese Geschichte...« »Ich denke nicht, dass jemand von Ihnen George Bridget kennt. Er ist ein ganz famoser Kerl.« »Seine Frau...« »Na, sie ist jetzt tot, die Ärmste.« »Ich möchte nur das eine sagen. Sie hat George das Leben recht schwer gemacht.« »Sie war eine dieser ewig kränkelnden Personen.« »Ich glaube allerdings, dass sie wirklich ein Leiden hatte.« Aber was es auch gewesen sein mochte, sie verstand, diese Tatsache nach Strich und Faden auszunutzen. Sie war launenhaft, anspruchsvoll, unvernünftig und klagte von morgens bis abends. George musste sie von vorn und hinten bedienen, und was er auch tat, es war immer verkehrt. Und er wurde obendrein noch ausgescholten. Die meisten Männer, davon bin ich fest überzeugt, hätten ihr längst auf irgendeine ganz kaltblütige Art den Garaus gemacht. Stimmt's nicht, Dolly? »Ja, sie war eine abscheuliche Frau,« erklärte Mrs. Banfrey im Brustton tiefster Überzeugung. »Wenn George Pritchard sie mit einer Axt getötet hätte und eine Frau unter den Geschworenen gewesen wäre, man hätte ihn glatt freigesprochen.« »Ich weiß nicht, wie die Geschichte eigentlich anfing.« George hat sich nie klar darüber geäußert. »So viel ich weiß, besaß Mrs. Pritchard immer eine Schwäche für Wahrsagerinnen, Handdeuterinnen, Hellseherinnen und dergleichen. George hatte nichts dagegen. Wenn es ihr Spaß machte, schön und gut, aber ihr selbst lehnte dergleichen ab, und er geriet darüber natürlich nicht in Verzückung, was für sie ein neues Ärgernis war. Eine Krankenschwester nach der anderen kam ins Haus, denn Mrs. Pritchard war immer schon nach wenigen Wochen mit ihnen unzufrieden. Eine junge Schwester hatte sich sehr für diesen Wahrsagerunfug interessiert, und Mrs. Pritchard mochte sie daher eine ganze Weile recht gern. Es dauerte trotzdem nicht lange, bis Mrs. Pritchard ihrer überdrüssig wurde, und so musste auch sie bald das Haus verlassen. Daraufhin nahm sie eine Schwester, die früher schon einmal bei ihr war. Eine ältere Frau, erfahren und taktvoll im Umgang mit einer neurotischen Patientin. Nach Georges Ansicht war Schwester Copling ein prächtiger Mensch, eine Frau, mit der man vernünftig reden konnte. Sie ließ Mrs. Pritchards Launen und Zornesausbrüche mit völliger Gleichgültigkeit über sich ergehen. Mrs. Pritchard nahm ihren Lunch gewöhnlich oben ein, und während dieser Zeit trafen George und die Schwester ihre Anordnungen für den Nachmittag. Streng genommen hatte die Schwester von zwei bis vier Uhr frei, aber wenn George gerne einen freien Nachmittag haben wollte, tat sie ihm den Gefallen und nahm ihre Freizeit erst nach dem Tee. Eines Tages erwähnte Schwester Copling, dass sie vielleicht etwas später zurückkehren würde, da sie ihre Schwester in Golders Green besuchen wolle. Und George machte ein sehr betrübtes Gesicht, denn er hatte sich für ein Golfspiel verabredet. Schwester Copling beruhigte ihn jedoch. »Man wird uns beide nicht vermissen, Mr. Pritchard«, sie zwinkerte lustig mit den Augen. »Mrs. Pritchard hat anregendere Gesellschaft als uns.« »Wer kommt denn?« »Einen Augenblick.« Schwester Coplings Augen zwinkerten belustigter denn je. »Ich möchte den Namen richtig hinkriegen.« »Sarida, spiritistische Deuterin der Zukunft.« »Oh, Herr«, stöhnte George, »das ist eine ganz neue Nummer, nicht wahr?« »Ganz neu.« »Ich glaube, meine Vorgängerin, Schwester Carstairs, hat sie geschickt. Mrs. Pritchard hat sie noch nicht gesehen. Sie bat mich, ihr zu schreiben und sie für heute Nachmittag herzubitten.« »Na, auf jeden Fall komme ich zu meinem Golf«, meinte George, und ging mit den freundlichsten Gefühlen für Sarida, die Deuterin der Zukunft von Dunnen. Bei seiner Rückkehr war Mrs. Pritchard in größter Aufregung. Sie lag wie üblich auf ihrer kranken Couch und hielt ein Riechfläschchen in der Hand, an dem sie häufig roch. »George«, rief sie ihm entgegen, »was habe ich immer von diesem Haus gesagt?« »In derselben Sekunde, als ich es betrat, spürte ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Habe ich es dir nicht damals sofort gesagt?« George unterdrückte sein heftiges Verlangen, zu erwidern, »du lässt nichts ungesagt,« und er antwortete stattdessen, »nein, ich kann mich nicht daran erinnern.« »Du kannst dich nie an etwas erinnern, das mit mir zu tun hat. Männer sind ja im Allgemeinen außerordentlich dickfällig. Aber ich glaube wirklich, dass du noch gefühlloser bist als alle anderen zusammen.« »Na nun, liebe Mary, das ist wohl nicht ganz fair.« »Also, wie ich dir bereits sagte, wusste die Frau sofort Bescheid. Sie schreckte tatsächlich zurück, als sie zur Tür hereintrat und sprach, »Böses steckt unter diesem Dache, Böses und Gefahr, ich spüre es.« George lachte, was nicht besonders klug von ihm war. »Da bist du ja heute Nachmittag auf deine Kosten gekommen.« Seine Frau schloss die Augen und schnupperte lange an ihrem Riechfläschchen. »Wie sehr du mich doch hassen musst! Du würdest lachen und spotten, wenn ich im Sterben läge.« George protestierte, doch sie fuhr unbeirrt fort. »Du kannst ruhig lachen. Ich werde dir trotzdem die ganze Geschichte erzählen.« »Dieses Haus ist für mich entschieden gefährlich, das hat die Frau ganz deutlich gesagt.« Die freundschaftlichen Gefühle, die George vorher noch für Syrida gehegt hatte, erfuhren eine merkliche Veränderung. Er wusste genau, dass seine Frau ohne weiteres darauf bestehen würde, dass sie in ein neues Haus zügen, wenn sie diese Laune packte. »Was hat sie denn sonst noch gesagt?« fragte er. »Sehr viel konnte sie mir nicht sagen. Sie war noch so aufgeregt. Aber auf eines hat sie mich aufmerksam gemacht. Ich hatte ein paar Pfeilchen im Glase stehen. Sie zeigte mit dem Finger darauf und rief, »Stellen Sie die fort! Keine blauen Blumen! Niemals blaue Blumen! Blaue Blumen sind für Sie verhängnisvoll. Denken Sie daran!« »Und du weißt ja,« fügte Mrs. Pritchett hinzu, »ich habe dir schon immer gesagt, dass mir blau widerlich ist. Mein natürlicher Instinkt warnte mich davor.« Diese Ansicht hatte er zwar noch nie von ihr gehört, aber er war zu klug, um das zu erwähnen. Stattdessen erkundigte er sich nach dem Aussehen dieser mysteriösen Syrida, und Mrs. Pritchett ging mit Begeisterung darauf ein. Schwarzes Haar, in Schnecken, über den Ohren, ihre Augen meistens halb geschlossen, große schwarze Ränder darum. Über Mund und Kinn trug sie einen schwarzen Schleier. Sie sprach mit einer singsangartigen Stimme und mit einem deutlichen ausländischen Akzent, Spanisch, glaube ich. Mit anderen Worten also der übliche Klimbim, meinte George heiter. Seine Frau schloss sofort die Augen. »Ich fühle mich außerordentlich schlecht«, hauchte sie. »Bitte klingle nach der Schwester. Du weißt sehr gut, dass Unfreundlichkeit mich immer furchtbar aufregt.« Zwei Tage später trat Schwester Coppling mit ernster Miene zu George ins Zimmer. »Wollen Sie bitte zu Mrs. Pritchett kommen? Sie hat einen Brief bekommen, der sie sehr erregt hat.« Als er bei seiner Frau im Zimmer erschien, hielt sie ihm den Brief schon entgegen. »Lies das«, rief sie. George las. Der Brief war auf stark parfümiertem Papier geschrieben, in großen, schwarzen Buchstaben. »Ich habe in die Zukunft geblickt. Lassen Sie sich warnen, ehe es zu spät ist. Hüten Sie sich vor dem Vollmond. Die blaue Priemel bedeutet Warnung. Die blaue Stockrose bedeutet Gefahr. Die blaue Geranie bedeutet Tod.« George wollte gerade in schallendes Gelächter ausbrechen, als er die warnende Geste von Schwester Coppling sah. »Ja,« er sagte ein wenig ungeschickt, »die Frau versucht wahrscheinlich, die Angst einzujagen, Mary. Jedenfalls gibt es keine blauen Priemeln und keine blauen Geranien.« Doch Mrs. Pritchett begann zu weinen und klagte, dass ihre Tage gezählt seien. Schwester Coppling begleitete George bis zur Treppe. »So ein hirnverbrannter Unsinn«, platzte er heraus. »Vielleicht...« Etwas in der Art, wie sie dies sagte, machte ihn stutzig, und erblickte sie höchst erstaunt an. »Aber Schwester, Sie glauben doch nicht allen Ernstes...« »Nein, nein, Mr. Pritchett, ich glaube nicht an Zukunftsdeuterei. Das ist Unsinn. Ich frage mich nur, was bedeutet dies alles?« »Wahrsagerinnen sind meistens hinter dem Geld her, aber diese Frau scheint Mrs. Pritchett ängstigen zu wollen, ohne dabei etwas für sich herauszuschlagen. Das will mir nicht in den Kopf. Und dann noch eins.« »Ja?« »Mrs. Pritchett behauptet, Sir Rita komme ihr irgendwie bekannt vor.« »Na und?« »Kurz und gut, mir gefällt das Ganze nicht, Mr. Pritchett. Ich habe nicht gewusst, dass Sie so abergläubisch sind, Schwester. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich fühle, wenn etwas faul ist.« Ungefähr vier Tage danach ereignete sich der erste Zwischenfall. Um den zu erklären, muss ich Ihnen zunächst Mrs. Pritchetts Zimmer beschreiben. »Das kann ich wohl am besten,« unterbrach Mrs. Bantry ihn. »Es war mit einer jener Tapeten ausgestattet, auf denen Gruppen von Blumen eine Art Rabatte bilden, so dass man sich fast einbilden kann, man sei in einem Garten. Aber natürlich sind die Blumen alle verkehrt. Ich meine, sie können unmöglich alle zur selben Zeit blühen.« »Lass dich doch nicht von deiner Leidenschaft für floristische Genauigkeit hinreißen, Dolly«, mahnte ihr Mann. »Wir wissen alle, dass du eine begeisterte Gärtnerin bist.« »Es ist doch schon lächerlich,« protestierte Mrs. Bantry, »wenn man wilde Hyazinthen, Narzissen, Lupinen, Stockhosen und Herbstastern alle zur selben Zeit blühen lässt.« »Höchst unwahrscheinlich«, stimmte Sir Henry ihr zu. »Aber nun bitte weiter mit der Geschichte, wir sind alle gespannt.« Unter diesen Blumengruppen befanden sich auch Primeln, Büschel von gelben und roten Primeln und... »Aber erzähle weiter, Arthur, es ist deine Geschichte.« Colonel Bantry fuhr mit der Erzählung fort. Eines Morgens läutete Mrs. Pritchard heftig. Der ganze Haushalt stürzte herbei im Glauben, dass sie in den letzten Zügen liege, aber nichts dergleichen. Sie zeigte nur ganz aufgebracht mit dem Finger auf die Tapete, wo tatsächlich eine blaue Primel unter den anderen zu sehen war. »Oh«, rief Miss Hellyer, »wie unheimlich!« Man warf die Frage auf, »war die blaue Primel nicht schon immer vorhanden gewesen?« Diese Möglichkeit wurde von George und der Schwester ins Auge gefasst, aber die aufgeregte Mrs. Pritchard wollte nichts davon wissen. Sie hatte die Primel erst an diesem Morgen bemerkt, und in der vergangenen Nacht war Vollmond gewesen. »Ich begegnete George Pritchard zufällig am selben Tag,« warf Mrs. Bantry ein, »und er erzählte mir davon.« Daraufhin besuchte ich seine Frau und tat mein Bestes, die ganze Sache abzuschwächen, aber vergebens. Ich war besorgt, als ich fortging. Unterwegs traf ich Jean Instow und erzählte ihr von dieser Episode. Jean ist ein merkwürdiges Mädchen. Sie wollte wissen, sie regt sich also wirklich darüber auf? Ich erwiderte, dass nach meinem Empfinden die Frau wohl vor Angst sterben könne. Sie war wirklich übertrieben abergläubisch. Ich erinnere mich noch, dass ihre Antwort mich geradezu erschreckte. Sie sagte nämlich, »Das wäre vielleicht am allerbesten.« Die Worte waren so kühl, so sachlich gesprochen, dass ich tatsächlich, na ja, einfach schockiert war. Ich weiß, es gehört heutzutage mit zum guten Ton, sich realistisch, ja manchmal sogar brutal auszudrücken, aber ich kann mich nicht daran gewöhnen. Jean lächelte mich ein wenig seltsam an und meinte, »Sie hören das nicht gerne, aber es ist wahr. Was hat denn Mrs. Pritchett schon von ihrem Leben? Gar nichts. Und George Pritchett hat die Hölle auf Erden. Wenn seine Frau vor Schreck das Zeitliche segnete, das wäre das Beste, was ihm passieren könnte.« Ich sagte, »George ist stets äußerst gut zu ihr«, und sie erwiderte, »Ja, er verdient eine Belohnung, der arme Kerl. Er ist eine anziehende Persönlichkeit, dieser George Pritchett. Dieser Meinung war auch die letzte Krankenschwester, die Hübsche. Wie hieß sie doch noch? Carstairs. Er war auch die Ursache des Streits zwischen ihr und Mrs. P.« Das hörte ich natürlich nicht gern. Man hatte sich allerdings im Stillen gewundert. Mrs. Bantry machte eine bedeutungsvolle Pause. »Ja, meine Liebe«, ertönte Miss Marples ruhige Stimme, »das tut man immer.« »Ist Miss Instow ein hübsches Mädchen? Spielt sie etwa Golf?« »Ja, sie ist eine hervorragende Sportlerin, außerdem hübsch und attraktiv, sehr blond, mit gesundem Teint und schönen, ruhigen, blauen Augen. Wir hatten natürlich immer das Gefühl, dass Sie und George Pritchett, ich meine, wenn die Verhältnisse anders gewesen wären. Sie passen so gut zueinander.« »Und waren Sie miteinander befreundet?« fragte Miss Marple. »Oh ja, Sie waren gute Freunde.« »Wie wär's, Dolly?« fragte Colonel Bantry etwas ungeduldig, »wenn ich endlich mit meiner Geschichte fortführe.« »Arthur«, sagte Miss Bantry resigniert, »möchte zu seinen Geistern zurückkehren.« Den Rest der Geschichte erzählte mir George selbst, fuhr der Colonel fort. Es besteht kein Zweifel darüber, dass Mrs. Pritchett gegen Ende des folgenden Monats in großen Ängsten schwebte. Sie strich sich auf einem Kalender den Tag an, an dem der Mond voll sein würde, und ließ am Abend vorher die Schwester wie auch George in ihr Zimmer kommen. Beide mussten die Tapete sorgfältig prüfen. Es waren rosa und rote Stockrosen vorhanden, aber keine blauen. Sobald George das Zimmer verlassen hatte, schloss sie die Tür ab. »Und am nächsten Morgen war eine große blaue Stockrose zu sehen,« sagte Miss Helya Fidel. »Ganz recht«, pflichtete ihr Colonel Bantry bei. »Oder jedenfalls beinah recht. Eine Blüte der Stockrose gerade über ihrem Kopf war blau geworden.« Dies machte George stutzig. Und natürlich, je mehr er stutzte, desto heftiger weigerte er sich, die Sache ernst zu nehmen. Er hielt daran fest, dass das Ganze ein dummer Streich sei, und ignorierte die Tatsache, dass die Tür verschlossen war und Mrs. Pritchett die Veränderung wahrnahm, bevor jemand anders, sogar Schwester Coppling, ins Zimmer gelassen wurde. Es machte George stutzig und zugleich unvernünftig. Seine Frau wollte das Haus verlassen, doch er gestattete das nicht. Zum ersten Mal in seinem Leben neigte er dazu, an das Übernatürliche zu glauben, aber er wollte es nicht zugeben. Gewöhnlich gab er den Wünschen seiner Frau nach, diesmal weigerte er sich. »Mary solle sich nicht lächerlich machen«, erklärte er. »Das Ganze sei nur grober Unfug.« Und so eilte der nächste Monat dahin. Mrs. Pritchett erhob weniger Protest, als man gedacht hatte. »Ich glaube, sie war abergläubisch genug, um anzunehmen, dass sie ihrem Schicksal nicht entrinnen könne.« Sie wiederholte immer wieder »Die blaue Priemel, Warnung, die blaue Stockrose, Gefahr, die blaue Geranie, Tod.« Und sie pflegte auf das Büschel rosa-roter Geranien zu starren, die ihrem Bett am nächsten waren. Das war nun alles ziemlich nervenaufreibend. Selbst die Schwester wurde davon angesteckt. Zwei Tage vor Vollmond kam sie zu George und bat ihn, Mrs. Pritchett aus dem Haus zu bringen. George wurde zornig. »Und wenn sich alle Blumen auf dieser verflixten Wand in blaue Teufel verwandeln würden, könnte das niemanden töten«, schrie er. »Doch, das wäre möglich. An einem Schock sind schon mehr Leute gestorben. Unsinn«, meinte George. George ist stets ein wenig dickköpfig gewesen und ließ sich nicht umstimmen. »Ich glaube, er nahm im Stillen an, dass seine Frau selbst diese Änderungen verursache und dass alles auf einen krankhaften, hysterischen Plan von ihr zurückzuführen sei.« Nun, die verhängnisvolle Nacht brach an. Wie üblich verschloss Mrs. Pritchett ihre Tür. Sie war sehr ruhig, in einer fast erhabenen Gemütsverfassung. Dieser Zustand beunruhigte die Schwester, die ihr zur Anregung eine Strichninspritze geben wollte. Doch Mrs. Pritchett lehnte das ab. »Ich glaube, in gewissem Sinne bereitete ihr das alles Vergnügen.« Das behauptete George jedenfalls auch. »Das ist durchaus möglich«, bemerkte Mrs. Bantry. »Das Ganze muss von einem gewissen Zauber umsponnen gewesen sein.« Am nächsten Morgen ertönte kein heftiges Geklingel. Mrs. Pritchett wachte gewöhnlich um acht Uhr auf. Als man um halb neun noch nichts von ihr hörte, klopfte die Schwester laut an die Tür. Es blieb alles still. Daraufhin holte sie George und bestand darauf, dass man die Tür aufbreche. Dies geschah mit Hilfe eines Meißels. Ein Blick auf die stille Gestalt auf dem Bett genügte Schwester Coppling. Sie schickte George ans Telefon, um den Arzt herbeizurufen, aber es war zu spät. Mrs. Pritchett, erklärte der Doktor, sei seit mindestens acht Stunden tot. Ihr Riechfläschchen lag neben ihrer Hand auf dem Bett, und auf der Wand neben ihr hatte sich das Rosarot einer Geranie in ein leuchtendes Dunkelblau verwandelt. »Grässlich«, stieß Miss Helya schaudernd hervor. Sir Henry runzelte die Stirn. »Keine weiteren Einzelheiten?« Colonel Bantry schüttelte den Kopf. Doch Mrs. Bantry sagte rasch, »Das Gas!« »Was hat es mit dem Gas auf sich?« fragte Sir Henry. Als der Doktor kam, bemerkte er einen leichten Gasgeruch und entdeckte dann auch, dass der Gasring am Kamin etwas aufgedreht war, aber so wenig, dass es keine Rolle spielte. Haben Mr. Pritchett und die Schwester nichts wahrgenommen, als sie das Zimmer zuerst betraten? Die Schwester behauptete, sie habe etwas gerochen. George erklärte, er habe zwar keinen Gasgeruch gespürt, aber so etwas wie eine Ohnmachtsanwandlung bekommen. Er führte das auf den Schock zurück und hatte wahrscheinlich recht. Auf jeden Fall war eine Gasvergiftung unwahrscheinlich. Der Geruch war kaum zu merken. Und? Ist die Geschichte damit zu Ende? Nein, es wurde viel geredet. Die Dienstboten hatten nämlich gelauscht und zum Beispiel gehört, wie Mrs. Pritchett zu ihrem Mann sagte, dass er sie hasse und sich über sie lustig machen werde, wenn sie sterbe. Und dann noch spätere Bemerkungen. So hatte sie eines Tages, als er sich weigerte, das Haus aufzugeben, zu ihm gesagt, Na schön, wenn ich tot bin, wird sich hoffentlich jeder klar machen, dass du mich umgebracht hast. Und wie es das Unglück so wollte, hatte er gerade am Tag vor ihrem Tod etwas Unkrautgift angerührt, um die Gartenwege herzurichten. Eines der jüngeren Dienstmädchen hatte ihn dabei beobachtet und gesehen, wie er später seiner Frau ein Glas heiße Milch brachte. Der Klatsch wurde immer größer. Der Arzt hatte einen Totenschein ausgestellt, aber ich weiß nicht, wie die Todesursache lautete. Wahrscheinlich hatte er einen medizinischen Ausdruck gewählt, der nicht wie besagte. Die arme Frau ruhte jedenfalls noch nicht einen Monat in ihrem Grab, als die Exhumierung der Leiche angeordnet wurde. Und die Autopsie ergab nichts, wie ich mich entsinne, sagte Sir Henry ernst. Das Ganze ist wirklich sehr merkwürdig, meinte Mrs. Bantry. Diese Wahlsagerin, Serida zum Beispiel. An der Adresse, die sie angegeben hatte, war eine solche Person gänzlich unbekannt. Sie tauchte einmal auf, aus dem blauen Dunst heraus, bemerkte ihr Mann, und verschwand dann wieder vollständig im blauen Dunst. Das ist gut. Und außerdem, fuhr Mrs. Bantry fort, hatte die kleine Schwester Carstairs, die sie ja empfohlen haben sollte, niemals etwas von dieser Serida gehört. Sie blickten sich gegenseitig an. Eine geheimnisvolle Geschichte, meinte Dr. Lloyd. Man könnte natürlich allerlei Vermutungen anstellen, aber... Er schüttelte den Kopf. Hat Mr. Pritchett dann Miss Instow geheiratet? fragte Miss Marple mit ihrer sanften Stimme. Nun, warum wollen Sie gerade das wissen, erkundigte sich Sir Henry. Miss Marple schlug ihre gütigen blauen Augen weit auf. Es erscheint mir so wichtig, entgegnete sie. Haben die beiden geheiratet? Colonel Bantry schüttelte den Kopf. Wir... Nun, wir haben das eigentlich erwartet, aber jetzt sind schon achtzehn Monate vergangen und ich glaube, Sie sehen sich kaum noch. Das ist wichtig, sagte Miss Marple, sehr wichtig. Dann denken Sie sicher dasselbe wie ich, bemerkte Miss Spantry. Sie nehmen an... Nun, Dolly, unterbrach ihr Mann sie. Was du da sagen willst, ist unberechtigt. Du kannst nicht einfach jemanden anklagen, ohne den geringsten Beweis dafür zu haben. Sei nicht so... so männerhaft, Arthur. Männer haben eine furchtbare Angst, auch nur das geringste zu sagen. Dies bleibt doch unter uns. Es ist nur eine wilde, fantastische Idee von mir, dass Jean Instow sich eventuell, ich möchte betonen, eventuell, als Wahrsagerin verkleidet hat. Wohlverstanden, nur im Scherz. Ich glaube ja nicht eine Sekunde, dass sie böser Absichten dabei gehabt hat. Wenn sie es aber getan hat und Mrs. Bridget dumm genug war, vor Angst zu sterben, nun, das ist doch der Gedanke, den Miss Marple ebenfalls hatte, nicht wahr? Nein, meine Liebe, nicht ganz, entgegnete Miss Marple. Sehen Sie, also, wenn ich jemanden töten wollte, was mir natürlich nicht einmal im Traum einfallen würde, da es etwas sehr Unnatürliches ist und außerdem töte ich nicht einmal Wespen, obwohl das ja notwendig ist und ich bin überzeugt, der Gärtner verfehrt dabei stets so human wie eben möglich, aber, äh, was wollte ich doch noch sagen? Wenn sie jemanden töten wollten, drängte Sir Held, Henry, ach ja, 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 also, dann würde ich mich nicht darauf verlassen, dass jemand vor Angst sterben könnte. Ich weiß, man liest von solchen Fällen, aber es scheint mir doch eine ungewisse Angelegenheit zu sein, selbst die nervösesten Leute sind in Wirklichkeit weitaus tapferer, als man im Allgemeinen annimmt. Nein, ich würde etwas Sicheres vorziehen und einen gründlichen Plan zu diesem Zweck machen. Miss Marple, ließ Sir Henry sich hören, Sie flößen mir geradezu Angst ein. Ich hoffe, Sie haben nie das Verlangen, mich von dieser Erde verschwinden zu lassen. Ihre Pläne könnten allzu gut sein. Miss Marple warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. Ich dachte, ich hätte es deutlich genug zum Ausdruck gebracht, dass ich ein solches Verbrechen nie ins Auge fassen würde. Nein, ich habe nur versucht, mich in die Lage einer gewissen Person hineinzuversetzen. Denken Sie etwa an George Bridget? fragte der Colonel. Das traue ich George niemals zu, obwohl die Schwester es annimmt. Ich suchte sie etwa einen Monat später auf, gerade zur Zeit der Exhumierung. Sie wusste nicht, wie es geschehen war und wollte eigentlich gar nicht darüber reden, aber ich hatte den deutlichen Eindruck, dass sie George für den Tod seiner Frau verantwortlich machte. Sie schien völlig überzeugt zu sein. Nun, meinte Dr. Lloyd, vielleicht war sie nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Und bedenken Sie eines, eine Krankenschwester weiß oft Bescheid. Sie kann es nicht sagen, da sie keinen Beweis hat, aber sie weiß es. Sir Henry beugte sich vor, Miss Marple, Sie scheinen ganz in Gedanken versunken. Wollen Sie uns nicht etwas davon verraten? Miss Marple schreckte hoch. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich dachte gerade an unsere Gemeindeschwester. Ein höchst schwieriges Problem. Schwieriger als das Problem der blauen Geranie? Eigentlich hängt es mit den Primeln zusammen, lautete die überraschende Antwort. »Mrs. Manchie erwähnte gelbe und rötliche. Wenn es eine rötliche Primel war, die blau wurde, dann passt es natürlich sehr gut. Aber wenn es eine gelbe gewesen ist...« Es war eine rötliche Primel, bestätigte Mrs. Manchie, während sie Miss Marple anschaute. Alle starrten Miss Marple an. »Das scheint die Sache zu erklären,« sagte Miss Marple und schüttelte bedauernd den Kopf. »Und dann noch die Wespenzeit und alles und das Gas natürlich.« »Es erinnert Sie wohl an zahllose Dorftragödie, nicht wahr?« fragte Sir Henry. »Nicht gerade Tragödien und gewiss nicht an verbrecherische Handlungen, aber es erinnert mich tatsächlich an die Scherereien, die wir mit der Gemeindeschwester haben. Schließlich sind Krankenschwestern auch menschliche Wesen. Und wenn man bedenkt, dass sie stets ein korrektes Benehmen an den Tag legen und diese unbequemen Kragen tragen und so eng mit der Familie zusammenleben müssen, nun kann man sich da wundern, dass manchmal etwas passiert?« Sir Henry ging ein schwaches Licht auf. »Aha! Sie denken an Schwester Carstairs.« »Oh nein! Nicht an Schwester Carstairs. An Schwester Coppling.« Sie war nämlich vorher schon einmal im Haus gewesen und sehr viel mit Mr. Pritchett zusammengekommen, der, wie Sie sagen, eine große Anziehungskraft besitzt. Sie hat wohl geglaubt, das arme Ding... Na ja, darauf brauchen wir nicht weiter einzugehen. Vermutlich hat sie von Miss Instow nichts gewusst und hinterher, als sie es erfuhr, wurde sie zu seiner Feindin und versuchte ihm so viel Schaden zuzufügen, wie nur möglich. Natürlich hat der Brief sie in erster Linie verraten, nicht wahr. Was für ein Brief! Nun, auf Mrs. Pritchetts Bitte hin schrieb sie doch an die Wahrsagerin, und die Wahrsagerin kam doch anscheinend auf diesen Brief hin. Aber später stellte es sich heraus, dass eine solche Person niemals an dieser Adresse existiert hat. Das zeigt, dass Schwester Coppling ihre Hand dabei im Spiel hatte. Sie tat nur so, als ob sie schrieb. Was ist also wahrscheinlicher, als anzunehmen, dass sie selbst die Wahrsagerin spielte. Die Sache mit dem Brief ist mir entgangen, gab Sir Henry zu, und das ist natürlich ein höchst wichtiger Punkt. Ein ziemlich kühnes Unterfangen, meinte Miss Marple, denn Mrs. Pritchett hätte sie trotz ihrer Verkleidung ja erkennen können, aber in dem Falle konnte die Schwester ja so tun, als handele es sich um einen Scherz. Sie erwähnten vorhin, dass sie sich an der Stelle einer gewissen Person nicht auf das Angstmotiv verlassen hätten. Was wollten sie damit sagen, fragte Sir Henry. Man konnte nicht damit rechnen, erwiderte Miss Marple. Nein, ich glaube, die Warnungen und die blauen Blumen waren, wenn ich mal einen militärischen Ausdruck verwenden darf, nur Kamouflage. Und was steckte dahinter? Ach, ich weiß, dass mir Wespen im Kopf herumspuken, die armen Dinger zu tausenden vernichtet und gewöhnlich an so schönen Sommertagen. Als ich einmal sah, wie der Gärtner das Zyankali in einer Flasche mit Wasser auflöste, habe ich mir gedacht, wie sehr es doch dem Riechsalz ähmelt. Und wenn man es in ein Riechfläschchen täte, nun, die arme Kranke gebrauchte ja immer so ein Fläschchen, man fand es sogar neben ihrer Hand, als sie gestorben war. Als Mr. Pritchard den Arzt anrief, konnte die Schwester es gegen das richtige Fläschchen austauschen. Und sie konnte ein ganz klein wenig das Gas aufdrehen, um den Mandelgeruch zu verdecken und für den Fall, dass sich jemand nicht recht wohl fühlte. Ich habe immer gehört, dass Zyankali keine Spuren hinterlässt, wenn man lange genug wartet. Aber ich kann mich natürlich getäuscht haben, und es mag etwas ganz anderes in der Flasche gewesen sein, doch das spielt eigentlich keine Rolle, nicht wahr? Miss Marple hielt etwas erschöpft inne. Jane Hellyer beugte sich vor und sagte, aber wie steht's mit der blauen Geranie und den anderen Blumen? Schwestern haben immer Lackmus Papier, nicht wahr? Für, nun, für Untersuchungen. Kein sehr angenehmes Thema, wir wollen nicht dabei verweilen. Ich habe auch etwas Krankenpflege ausgeübt. Blaues Lackmus Papier wird durch Säuren rot, und rotes Lackmus Papier wird durch Basen blau. Es ist so leicht, etwas rotes Lackmus Papier über eine rote Blume zu kleben, nahe am Bett natürlich. Und wenn dann die arme Dame ihr Riechsalz benutzte, färbten die starken Ammoniakdünste das Papier blau. Ach, wirklich sehr, sehr spitzfindig. Die Geranie war natürlich noch nicht blau, als die Leute ins Zimmer kamen. Das sah man erst später. Als die Schwester die Flaschen vertauschte, hat sie das Riechfläschchen einen Moment gegen die Tapete gehalten. Man könnte meinen, sie seien dabei gewesen, Miss Marple, sagte Sir Henry bewundernd. Worüber ich mir Sorgen mache, das ist das Verhältnis zwischen dem armen Mr. Pritchett und dem netten jungen Mädchen Miss Instow. Wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig in Verdacht und gehen sich aus dem Wege. Dabei ist das Leben so kurz. Sie schüttelte betrübt den Kopf. Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, beruhigte sie Sir Henry. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für Sie. Eine Krankenschwester ist gerade verhaftet worden, weil sie eine ältere Patientin ermordete, die ihr eine größere Summe vermacht hatte. Es geschah mit Zyankali, dass anstelle von Riechsalz in ein Riechfläschchen abgefüllt worden war. Es handelte sich um Schwester Coppling, die den gleichen Trick noch einmal versuchte. Miss Instow und Mr. Bridget brauchen keinen Zweifel an der Wahrheit zu hegen. Die Gesellschafterin Nun, Dr. Lloyd, wandte sich Miss Hellyer an den Arzt, wissen Sie keine aufregenden Geschichten? Sie lächelte ihm zu. Es war das Lächeln, das allabendlich das Theaterpublikum bezauberte. Jane Hellyer wurde manchmal die schönste Frau Englands genannt, und eifersüchtige Kolleginnen pflegten einander zuzuraunen, Jane ist natürlich keine Künstlerin, sie kann nicht spielen, wenn sie mich richtig verstehen, es sind einfach diese Augen. Und diese Augen waren in diesem Moment schmachtend auf den grauhaarigen Junggesellen Dr. Lloyd gerichtet, der in den letzten fünf Jahren die Kranken im Dorf St. Mary Mead betreut hatte. Wissen Sie, Miss Hellyer, meinte Dr. Lloyd, es passiert nicht viel Unheilvolles und noch weniger Verbrecherisches in St. Mary Mead. Aber Doktor, beharrte Jane Hellyer, Sie haben doch nicht immer hier gelebt. Sie sind gewiss in der ganzen Welt herumgekommen und an merkwürdigen Orten gewesen, wo etwas passiert sein muss. Das stimmt natürlich, erwiderte Dr. Lloyd, der verzweifelt nachdachte. Ah, sicher, ja, ach, ich hab's. Mit einem Seufzer der Erleichterung sank er zurück. Es ist schon einige Jahre her, fast hätte ich es vergessen. Aber die Begebenheiten waren seltsam, wirklich sehr seltsam. Und die letzte Koinzidenz, die mir des Rätsels Lösung verschaffte, war ebenfalls sehr merkwürdig. Miss Hellyer zog eilig ihren Stuhl etwas näher zu ihm heran, die anderen schauten ihm ebenfalls sehr interessiert entgegen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen die Kanarischen Inseln kennt, begann der Doktor. Die müssen wundervoll sein, warf Jane dazwischen. Sie liegen sicher in der Südsee, nicht wahr? Oder im Mittelmeer? Ich habe sie auf meinem Weg nach Südafrika besucht, bemerkte der Colonel. Die Landspitze von Teneriffa bietet bei Sonnenuntergang einen wunderschönen Anblick. Der Zwischenfall, den ich beschreibe, ereignete sich auf der Insel Gran Canaria, nicht auf Teneriffa. Vor einer Reihe von Jahren war ich gesundheitlich nicht auf der Höhe, Ausland gehen. Ich praktizierte damals in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria, und genoss das Leben dort sehr. Schiffe aus allen Teilen der Welt kommen nach Las Palmas. Manchmal bleiben sie nur ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage. Im ersten Hotel dort, im Metropol, sieht man Leute aller Rassen und Nationalitäten, Zugvögel. Selbst die Leute, die nach Teneriffa gehen, bleiben erst ein paar Tage hier, bevor sie zu der anderen Insel hinüberfahren. Meine Geschichte beginnt im Metropolhotel an einem Donnerstagabend im Januar. Es wurde getanzt, und ein Freund und ich saßen an einem kleinen Tisch und sahen zu. Es waren mehrere Engländer und Angehörige anderer Nationen da, aber die meisten der Tänzer waren spanischer Herkunft. Als das Orchester einen Tango spielte, waren nur sechs Paare spanische Nationalität auf dem Parkett. Sie tanzten alle sehr gut, und wir sahen bewundernd zu. Besonders eine Frau erregte unsere lebhafte Bewunderung. Groß, schön und geschmeidig bewegte sie sich mit der Grazia, einer halb gezähmten Leopardin. Sie hatte so etwas Verderbliches an sich. Ich sprach mit meinem Freund darüber, und er pflichtete mir bei. »Selche Frauen«, »Selche Frauen«, meinte er, »haben unbedingt eine Vergangenheit. Das Leben geht nicht an ihnen vorüber.« »Schönheit ist vielleicht ein gefährlicher Besitz«, sagte ich. »Es ist nicht nur Schönheit«, beharrte er, »es ist noch etwas anderes. Sieh sie dir doch einmal an.« »Sicherlich passiert ihr vieles, oder es passiert ihretwegen. Wie ich schon sagte, das Leben wird nicht spurlos an ihr vorübergehen. Sie wird im Mittelpunkt seltsamer und aufregende Ereignisse stehen. Man braucht nur einen Blick auf sie zu werfen, und man weiß Bescheid.« Er machte eine Pause und fügte dann lächelnd hinzu, »Ebenso wie du nur einen Blick auf die zwei Frauen da drüben zu werfen brauchst, um zu wissen, dass nichts Ungewöhnliches sich je in ihrem Leben ereignen wird. Sie sind wie geschaffen für eine sichere, eintönige Existenz.« Ich folgte seinen Blicken. Die beiden Frauen, auf die er anspielte, waren Reisende, die eben erst angekommen waren. Ein Dampfer vom holländischen Lloyd hatte Las Palmas gerade angelaufen, und die ersten Passagiere waren bereits von Bord gegangen. Auf den ersten Blick sah ich, was mein Freund meinte. Es handelte sich um zwei Engländerinnen, die richtig nette Sorte, die man so oft im Ausland antrifft, so um die vierzig herum, die eine war blond und vollschlank und die andere dunkel und ein wenig überschlank. Beide, noch gut erhalten, wie man sozusagen pflegt, trugen schlichte, unauffällige und leichte Tweed-Kostüme und gebrauchten offensichtlich keinerlei Make-up, und wie mein Freund schon bemerkte, würden sie nie etwas Aufregendes oder Besonderes erleben, wenn sie auch die halbe Welt durchreisten. Mein Blick wanderte zurück zu unserer geschmeidigen Spanierin mit ihren oft halb geschlossenen glutvollen Augen, Die Ärmsten, seufzte Jane Hellyer, aber ich halte es wirklich für töricht, wenn jemand so gar nichts aus sich macht. Fahren Sie fort, Dr. Badmiss Bantry, ich höre gern Geschichten von geschmeidigen spanischen Tänzerinnen, darüber vergesse ich ein wenig, wie alt ich inzwischen bin. Leider muss ich sie enttäuschen, entschuldigte sich Dr. Lloyd, die Geschichte dreht sich nämlich gar nicht um die Spanierin. Nein? Nein. Mein Freund und ich hatten uns sehr geirrt. Im Dasein der spanischen Schönheit ereignete sich nicht das Geringste, das man als interessant oder aufregend hätte bezeichnen können. Sie heiratete später einen Angestellten in einem Schifffahrtsbüro und zur Zeit, als ich die Insel verließ, hatte sie bereits fünf Kinder und war recht korpulent. Nein, meine Geschichte dreht sich um die beiden Engländerinnen. Ist Ihnen etwas zugestoßen? hauchte Miss Hellyer. Ihnen ist etwas zugestoßen, und zwar gleich am nächsten Tag. Wirklich? Bevor ich an dem Abend ausging, warf ich aus Neugierde einen Blick in das Gästebuch und entdeckte die Namen sehr schnell. Miss Mary Barton und Miss Amy Durant aus Little Paddocks Corton Weir Bucks. In dem Augenblick hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wie bald ich wegnen sollte und unter was für tragischen Umständen. Am folgenden Tag hatte ich mich mit einigen Freunden für ein Picknick verabredet. Wir wollten mit dem Auto quer über die Insel zu einem Ort fahren, der, soweit ich mich nach so langer Zeit noch erinnern kann, Las Nieves hieß und in einer wohlgeschützten Bucht lag, wo wir unseren Lunch essen und später baden wollten, wenn wir noch Lust dazu hatten. Dieses Programm führten wir auch durch, nur brachen wir reichlich spät auf, sodass wir schon unterwegs piknikten und später nach Las Nieves weiterfuhren, um vor dem Tee noch etwas zu schwimmen. Sobald wir uns dem Strand näherten, nahmen wir einen ungeheuren Tumult wahr. Die ganze Bevölkerung des kleinen Dorfes schien dort versammelt zu sein. Als man uns sah, stürzten einige der Inselbewohner sofort auf unseren Wagen zu und begannen, uns sehr erregt die Situation zu erklären. Da mein Spanisch nicht sehr gut war, dauerte es eine Weile, bis ich alles verstand, aber schließlich hatte ich begriffen. Zwei verrückte Engländerinnen waren ins Wasser gegangen und eine davon war zu weit hinaus geschwommen und dadurch in Schwierigkeiten geraten. Die andere war ihr nachgeschwommen und hatte versucht, sie an Land zurück zu bringen, doch auch ihre Kraft hatte versagt. Sie wäre ebenfalls ertrunken, wenn nicht ein Mann in einem Boot hinaus gerudert wäre und beide zurückgebracht hätte, eine davon rettungslos verloren. Sobald ich die Sache erfasst hatte, drängte ich mich durch die Menschenmenge und eilte ans Ufer. Zuerst erkannte ich die beiden Frauen nicht. Die rundliche Figur in dem schwarzen Badekostüm und der eng anliegenden grünen Bademütze rief keine Erinnerung in mir wach, als sie ängstlich zu mir aufblickte. Sie kniete neben ihrer Freundin und machte etwas ungeschickte Wiederbelebungsversuche. Als ich ihr sagte, dass ich Arzt sei, stieß sie einen Seufzer der Erleichterung aus, und ich schickte sie sofort in eine nahegelegene Hütte, damit sie sich abtrocknen und etwas anderes anziehen konnte. Eine der Damen aus meiner Gesellschaft begleitete sie. Ich selbst bemühte mich vergeblich um die ertrunkene Frau, es steckte kein Funke Leben mehr in ihr, und schließlich musste Ich gesellte mich dann zu den anderen in der kleinen Fischerhütte und versuchte der zweiten Dame, die traurige Nachricht so schonend wie möglich beizubringen. Die Überlebende hatte jetzt Straßenkleider an, und ich erkannte in ihr sofort eine der beiden Engländerinnen, die am Abend vorher angekommen waren. Sie nahm die Trauerbotschaft ziemlich gelassen entgegen. Offenbar spielte die Aufregung über das ganze persönlichen Gefühle. Arme Amy, sagte sie, arme, arme Amy, sie hatte sich so sehr auf das Schwimmen hier gefreut, und sie war auch eine gute Schwimmerin, ich kann es einfach nicht verstehen. Was mag es nur gewesen sein, Herr Doktor? Vielleicht ein Krampf. Wollen Sie mir bitte den Vorgang genau beschreiben? Wir waren beide eine Zeit lang geschwommen, 20 Minuten möchte ich Plötzlich hörte ich sie rufen und ich merkte sehr bald, dass es ein Hilferuf war. Ich schwamm ihr nach, so schnell ich konnte. Sie war noch über Wasser, als ich sie erreichte, aber sie klammerte sich aufgeregt und sehr fest an mich, sodass wir beide untergingen. Wenn der Mann mit seinem Boot nicht gekommen wäre, hätte auch ich mein Leben eingebüßt. Das ist schon oft genug vorgekommen, bestätigte ich. Jemand vor dem Ertrinken zu retten ist nicht so einfach. Es ist entsetzlich, fuhr Miss Barton fort. Wir sind nämlich erst gestern hier angekommen und waren so begeistert von dem Sonnenschein und unseren Ferien und nun muss diese schreckliche Tragödie passieren. Ich bat sie dann um Einzelheiten über die Tote und erklärte genaue Auskunft verlangten und sie erzählte mir bereitwillig alles, was ich wissen musste. Die Tote Miss Amy Durant war ihre Gesellschafterin und hatte vor etwa fünf Monaten ihren Posten bei ihr angetreten. Sie waren recht gut miteinander ausgekommen, aber Miss Durant hatte sehr wenig über ihre Angehörigen gesprochen. Sie war sehr früh verwaist und wuchs dann bei einem Onkel auf. Mit 21 Jahren verdiente sie sich schon ihren eigenen Lebensunterhalt. Und nun war sie tot, fügte der Doktor hinzu. Nach einer kleinen Pause wiederholte er noch einmal und es klang, als sei er am Ende seiner Erzählung angelangt und nun war sie tot. Ich verstehe nicht ganz, meldete sich Jane Hellyer. Ist das alles? Ich meine, es ist ja wohl sehr tragisch, aber nicht gerade sehr mysteriös. Ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, meinte Sir Henry. Nein, antwortete Dr. Lloyd, die Geschichte ist leider noch nicht zu Ende. Schon damals kam etwas Merkwürdiges zutage. Ich hatte natürlich auch bei den Fischern und den übrigen Augenzeugen Erkundigungen über den Vorgang eingezogen, und eine Frau hatte etwas Seltsames zu berichten. Damals gab ich nicht viel darauf, aber später erinnerte ich mich wieder daran. Sie behauptete nämlich steif und fest, Miss Durant sei nicht am Ertrinken gewesen, als ihr Miss Barton etwas zurief. Miss Barton sei hinausgeschwommen und habe Miss Durants Kopf vorsätzlich unter Wasser gehalten. Wie ich schon sagte, gab ich nicht viel darauf. Die Geschichte klang so fantastisch und oft bekommt man am Ufer einen ganz anderen Eindruck von diesen Dingen. Vielleicht wollte Miss Barton bewirken, dass ihre Freundin das Bewusstsein verlor, weil sie erkannte, dass durch die wilden Anklammerungsversuche sie alle beide ertrinken würden. Die Spanierin dagegen stellte es so dar, als habe Miss Barton versucht, ihre Gesellschafterin zu ertränken. Ich wiederhole nochmals, ich schenkte dieser Geschichte damals wenig Beachtung. Unsere große Schwierigkeit bestand darin, etwas über diese Amy Durant ausfindig zu machen. Es schienen gar keine Verwandten zu existieren. Miss Barton und ich durchsuchten ihre Sachen, wir fanden eine Adresse, an die wir sofort schrieben, aber es stellte sich heraus, dass es sich nur um ein Zimmer handelte, das Miss Durant gemietet hatte, um ihre Sachen unterzustellen. Die Wirtin wusste nichts und hatte sie nur beim Vermieten des Zimmers gesehen. Miss Durant hatte damals die Bemerkung gemacht, dass sie gern einen Platz habe, den sie ihr eigen nennen und zu dem sie jederzeit zurückkehren könne. Es waren, schrieb die Wirtin ein paar schöne alte Möbelstücke in dem Zimmer, ferner einige Bände mit Zeichnungen und ein Koffer mit im Ausland erstandenen Stoffresten, aber keine persönlichen Dinge. Der Wirtin gegenüber hatte sie erwähnt, dass ihre Eltern in Indien gestorben seien, als sie noch ein Kind war und dass sie bei einem Onkel, einem Geistlichen aufgewachsen sei. Sie hatte jedoch nicht gesagt, ob es ein Bruder ihres Vaters oder ihrer Mutter gewesen sei, also konnte man mit dem Namen nicht viel anfangen. Es war eigentlich nicht mysteriös, eher unbefriedigend. Es muss viele einsame, stolze und zurückhaltende Frauen geben, die sich in derselben Lage befinden. Unter ihren Habseligkeiten in Las Palmas entdeckten wir ein paar Fotografien, ziemlich alt und verblichen, und da sie außerdem für die Rahmen zurecht geschnitten waren, stand der Name des Fotografen nicht mehr darauf. Sie hatte Miss Barton zwei Referenzen gebracht. Einer hatte Miss Barton vergessen und auf die andere besann sie sich nach langem Nachdenken, aber es stellte sich heraus, dass es sich um eine Dame handelte, die gerade nach Australien gereist war. Man schrieb an sie und es dauerte natürlich eine ganze Weile, bis die Antwort kam, und als sie schließlich eintraf, konnte man nicht viel damit anfangen. Die Dame schrieb, dass Miss Durant ihre Gesellschafterin und sehr tüchtig und charmant gewesen sei, dass sie aber nichts Näheres über ihre Privatangelegenheiten oder Verwandten wisse. Es lag nichts Ungewöhnliches darin. Aber beides zusammen, einmal, dass niemand etwas über Amy Durant wusste, und zum anderen der merkwürdige Berichter Spanierin erweckte eine gewisse Neugierde und Unruhe in mir. Ja, und ich möchte noch ein drittes hinzufügen. Als ich mich zuerst über Miss Durant beugte und Miss Barton auf die Hütte zuging, blickte sie sich um, und zwar mit einem Ausdruck auf ihrem Gesicht, den ich als äußerst bestürzt bezeichnen möchte. Eine angstvolle Ungewissheit, die sich mir deutlich eingeprägt Damals sah ich nichts Ungewöhnliches darin. Ich schrieb es ihrer großen Sorge um ihre Freundin zu. Später aber wurde mir klar, dass die beiden sich gar nicht so freundschaftlich zugetan waren. Miss Barton mochte Amy Durant gern und war betroffen über ihren Tod, aber sie empfand keinen tiefen Kummer. Warum dann aber diese auffallende Besorgnis? Diese Frage tauchte immer wieder in mir auf. In dem Blick hatte ich mich und fast gegen meinen Willen begann sich allmählich eine Antwort in meinem Gehirn zu formen. Wenn nun die Geschichte der Spanierin richtig wäre, wenn Mary Barton versucht hätte, Amy Durant vorsätzlich zu trinkt zu trinkt zu Sie zu retten werden von dem Boot an Land geholt. Sie befinden sich an einer einsamen weltabgelegenen Küste und dann erscheine ich. Etwas, womit sie ganz und gar nicht gerechnet hatte. Ein Arzt und noch dazu ein englischer Arzt. Sie weiß ganz genau, dass Menschen, die bedeutend länger unter Wasser gewesen sind, als Amy Durant durch künstliche Atmung wieder belebt worden sind. Aber sie muss ihre Rolle spielen, muss fortgehen und mich mit ihrem Opfer alleine lassen und als sie einen letzten Blick zurückwirft, zeigt sich eine schreckliche Angst in ihren Zügen. Wird Amy Durant ins Leben zurückkehren und erzählen, was sie weiß? Rief Jane Hellyer. Jetzt bin ich aber gespannt. Aus dieser Perspektive heraus nahm die ganze Geschichte einen unheimlichen Charakter an und die Persönlichkeit der Amy Durant wurde immer geheimnisvoller. Wer war Amy Durant? Warum sollte sie, eine unbedeutende bezahlte Gesellschafterin, von ihrer Arbeitgeberin ermordet worden sein? Was für eine Geschichte lag der verhängnisvollen Badeexkursion zugrunde? Sie hatte erst vor wenigen Monaten ihren Posten angetreten. Mary Barton hatte sie mit ins Ausland genommen und gleich am ersten Tag nach ihrer Ankunft war die Tragödie passiert. Und sie waren beide nette, durchschnittliche, gebildete Engländerinnen. Es war zu fantastisch. Und das habe ich mir dann auch gesagt. Ich hatte meiner Fantasie die Zügel schießen lassen. Sie haben also nichts weiter unternommen? fragte Miss Helia. Meine liebe junge Dame, was konnte ich denn tun? Man hatte keinen Beweis. Die meisten Augenzeugen gaben denselben Bericht wie Miss Barton. Ich hatte meinen eigenen Verdacht auf einem flüchtigen Gesichtsausdruck aufgebaut, den ich mir auch sehr gut eingebildet haben mochte. Nur eins blieb mir übrig, und das tat ich auch. Ich stellte die ausgedehntesten Nachforschungen nach Amy Durant's Verwandten an. Als ich das nächste Mal in England war, suchte ich sogar ihre Wirtin auf, ohne jedoch mehr zu erfahren, als ich schon berichtet habe. Aber sie spürten, dass da etwas nicht stimmte, sagte Miss Marple. Dr. Lloyd nickte. Meistens schämte ich Mühe, ihr gegenüber so herzlich wie möglich zu sein während ihres kurzen Aufenthalts auf der Insel. Ich half ihr bei den spanischen Behörden und tat alles, was ein Engländer in einem fremden Lande für eine Landsmanin tun konnte. Und doch bin ich überzeugt, dass sie wusste, dass ich sie verdächtigte. Wie lange blieb sie denn noch auf der Insel, erkundigte sich Miss Marple. Ich glaube, etwa vierzehn Tage. Miss Durant wurde dort begraben und es muss ungefähr zehn Tage später gewesen sein, als Miss Barton mit einem Schiff nach England zurückfuhr. Das Ganze hatte sie so aufgeregt, dass sie den Winter nicht dort verbringen mochte, wie sie geplant hatte. Das sagte sie jedenfalls. War es ihr anzumerken, dass sie aufgeregt war? fragte Miss Marple. Der Doktor zögerte. Nun, äußerlich konnte man ihr nichts ansehen, sagte ihr vorsichtig. Sie wurde zum Beispiel nicht dicker, fragte Miss Marple. Wissen Sie, es ist sehr merkwürdig, dass sie das sagen, und ich glaube sogar, sie haben recht. Jetzt, wo ich daran zurückdenke, scheint es mir tatsächlich so, als habe sie zugenommen. Wie grässlich, meinte Jane hellerschaudernd, es klingt ja beinahe so, als ob sie sich vom Blut ihres Opfers nährte. Und doch mag ich ihr auf andere Weise Unrecht zufügen, fuhr Dr. Lloyd fort. Bevor sie abreiste, sagte sie tatsächlich etwas, das auf etwas ganz anderes schließen ließ. Bei manchen Menschen arbeitet das Gewissen, glaube ich, sehr langsam. Sie brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich der Ungeheuerlichkeit einer begangenen Tat bewusst werden. Es war am Abend vor ihrer Abreise von den Kanarischen Inseln. Sie hatte um meinen Besuch gebeten und sich bei mir für all meine Hilfe herzlich bedankt. Ich wehrte natürlich ab und stellte alles als ganz selbstverständlich hin. Nach einer kurzen Pause stellte sie mir plötzlich eine Frage. Glauben sie, dass man jeder zu berechtigt ist, selbst Gerechtigkeit zu üben. Ich erwiderte, dass das eine ziemlich schwierige Frage sei, die ich aber im Großen und Ganzen verneinen müsse. Dazu sei das Gesetz da, und diesem Gesetz müssten wir uns fügen. Selbst wenn das Gesetz machtlos ist? Das verstehe ich nicht ganz. Es ist sehr schwierig zu erklären, aber man könnte einen sehr guten und triftigen Grund haben für eine Tat, die unbedingt als verkehrt ja sogar als ein Verbrechen angesehen wird. Ich erwiderte ganz trocken, dass wahrscheinlich eine ganze Reihe von Verbrechern dieser Ansicht gewesen seien, und sie wich vor mir zurück. Das ist aber schrecklich, murmelte sie, schrecklich. Dann bat sie mich plötzlich in verändertem Ton um ein Schlafmittel. Sie habe seit, sie zauderte, seit dem furchtbaren Schock nicht mehr richtig schlafen können. Sind sie sicher, dass das der Grund ist, fragte ich, sonst beunruhigt sie nichts, es lastet nichts auf ihrer Seele? Auf meiner Seele? Was sollte wohl schon auf meiner Seele lasten? Sie stieß diese Worte heftig und misstrauisch hervor. Angst ist manchmal die Ursache von Schlaflosigkeit, sagte ich leicht hin. Sie schien einen Augenblick nachzudenken. Meinen Sie Angst vor der Zukunft oder Angst wegen der Vergangenheit, die nicht mehr zu ändern ist? Beides? Nur hätte es keinen Zweck, sich über die Vergangenheit zu beunruhigen. Sie ist unwiederbringlich. Oh, was für einen Sinn hat es schon. Man darf nicht denken, man darf nicht nachdenken. Ich verordnete ihr einen milden Schlaftrunk und verabschiedete mich. Beim Fortgehen dachte ich ziemlich lange über die Worte nach, die sie gesagt hatte. Sie ist unwiederbringlich. Was oder wer? Ich glaube, diese letzte Unterredung bereitete mich gewissermaßen auf die folgenden Ereignisse vor, die ich natürlich nicht erwartet hatte. Aber als sie eintraten, war ich nicht überrascht. Ich hatte nämlich von Anfang an den Eindruck, dass Mary Barton eine gewissenhafte Frau und keine leichtsinnige Person sei. Eine Frau mit Prinzipien, die nach diesen Prinzipien handeln und nicht nachgeben würde, solange sie daran glaubte. Ich hatte das Empfinden, dass sie während unserer letzten Unterhaltung begann, ihre eigenen Prinzipien anzuzweifeln. Ihre Worte deuteten darauf hin, dass sie die ersten schwachen Regungen jenes schrecklichen Seelenforschers spürte, den man das Gewissen nennt. Es passierte dann in Cornwall, in einem kleinen, um diese Jahreszeit ziemlich verlassenen Badeort. Es muss Ende März gewesen sein. Ich las darüber in der Zeitung. Eine Dame hatte dort in einem kleinen Hotel gewohnt, eine Miss Barton. Sie hatte ein äußerst merkwürdiges Wesen zur Schau getragen, das war allen aufgefallen. Nachts war sie in ihrem Zimmer auf- und abgegangen und hatte vor sich hin gemurmelt, sodass in den benachbarten Zimmern niemand schlafen zu machen. Sie habe, so sagte sie, ein Verbrechen begangen. Anstatt fortzufahren, hatte sie sich unvermittelt erhoben und erklärt, sie wolle an einem anderen Tag wiederkommen. Der Pfarrer vermutete, dass sie nicht ganz richtig im Oberstübchen sei und nahm ihre Selbstanklage gar nicht ernst. Gleich am nächsten Morgen entdeckte man, dass sie nicht in ihrem Zimmer war. Stattdessen fand man einen an den Leichen Beschauer gerichteten Brief folgenden Wortlauts. Ich versuchte gestern mit dem Pfarrer zu reden, ihm alles zu beichten, aber ich durfte es nicht. Sie ließ es nicht zu. Ich kann nur auf eine Weise sühnen, ein Leben für ein Leben, und mein Leben muss genauso enden wie das ihrige. Auch ich muss im tiefen Meer ertrinken. Ich glaubte, meine ein, dass es nicht richtig war. Um Amys Verzeihung zu erlangen, muss ich zu ihr gehen. Niemand ist an meinem Tode schuld. Mary Barton. Ihre Kleider fand man am Strand in einer abgeschiedenen Bucht. Offenbar hatte sie sich dort ausgezogen und war dann mutig in die See hinaus geschwommen, wo, wie allgemein bekannt, eine gefährliche Strömung war, die jeden Schwimmer die Küste hinabtrieb. Die Einer Weile wurde Miss Barton für Tod erklärt. Sie war eine reiche Frau. Ihr Vermögen belief sich auf hunderttausend Pfund, da sie ohne Testament starb, fiel das Geld an ihre nächsten Verwandten, eine Familie von Vettern in Australien. Die Zeitungen machten diskrete Anspielungen auf die Tragödie auf den Kanarischen Inseln und vertraten den Standpunkt, dass Miss Durands Tod den Verstand ihrer Freundin zerrüttet habe. Bei der gerichtlichen Untersuchung der Angelegenheit wurde das übliche Urteil gesprochen, Selbstmord in vorübergehendem Wahnzustand. Und so fällt der Vorhang nach der Tragödie von Amy Durant und Miss Barton. Es entstand eine lange Pause, die von der schwer atmenden Jane Hellyer unterbrochen wurde. Oh, sie dürfen hier aber nicht aufhören. Gerade an der interessantesten Stelle, bitte weiter. Aber Miss Hellyer, dies ist kein Fortsetzungsroman. Dies ist das wirkliche Leben, und das wirkliche Leben hört da auf, wo es ihm gefällt. Aber das will ich nicht, jammerte Jane. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Hier müssen wir eben unseren Verstand gebrauchen, Miss Hellyer, erklärte Sir Henry. Warum hat Mary Barton ihre Gesellschafterin getötet? Das ist das Problem, das Dr. Lloyd uns gestellt hat. Nun, meinte Miss Hellyer, da gibt es eine Reihe von Gründen. Ich meine, ich weiß nicht recht. Sie mochte ihr auf die Nerven gefallen sein, oder Eifersucht mag eine Rolle gespielt haben. Dr. Lloyd erwähnte zwar keine Männer, aber immerhin mag auf dem Schiff etwas vorgefallen sein. Sie wissen ja, was man im Allgemeinen von Schiffen und Seereisen sagt. Miss Hellyer, leicht erschöpft inne und es dämmerte ihrer Zuhörerschaft, dass Janes reizender Kopf von außen besser ausgestattet war als von innen. Ich möchte eine ganze Reihe von Mutmaßungen zur Sprache bringen, erklärte Mrs. Bantry, aber ich muss mich wohl auf eine beschränken. Ich nehme an, dass Miss Bartons Vater all sein Geld auf Kosten von Amy Durants Vater gemacht hat, den er dabei zugrunde berichtete. Also beschloss Amy sich zu rächen. Nein, Moment, das ist falsch. Die Verhältnisse liegen ja gerade umgekehrt. Ach Gott, wie ärgerlich. Warum tötet eine reiche Brotherin die bescheidene Gesellschafterin? Ah, ich hab's, Moment. Miss Barton hatte einen jüngeren Bruder, der sich aus Liebe zu Amy Durant erschossen hat. Miss Barton wartete auf eine günstige Gelegenheit, Amy verarmt und wird von Miss Barton als Gesellschafterin engagiert. Diese nimmt sie mit auf die Kanarischen Inseln und führt ihren Racheakt aus. Wie hört sich das an? Ausgezeichnet, lobte Sir Henry. Nur wissen wir nicht, ob Miss Barton jemals einen Bruder hatte. Ach, das nehmen wir einfach an, entgegnete Mrs. Bantry. Ohne Bruder hatte sie kein Motiv. Also muss sie einen Bruder gehabt haben. Sehen Sie das ein, Watson? Das ist ja alles sehr schön, Dolly, bemerkte ihr Mann. Aber es ist eben nur eine Mutmaßung. zu raten. Wir haben keine Indizien. Nur zu, lieber Arthur, rate auch einmal. Wirklich und wahrhaftig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich glaube, Miss Hellyers Vorschlag, dass sie sich eines Mannes wegen entzweit haben könnten, hat etwas für sich. Hör zu, Dolly, es war sicher ein Pfarrer der Hochkirche, und sie haben ihm beide vielleicht einen Chormantel oder der gleichen gestickt. Und er hat den von der Durant zuerst getragen. Verlass dich darauf, so etwas wird es schon gewesen sein. Denke daran, wie sie zum Schluss wieder zu einem Pfarrer rannte. Diese Frauen verlieren alle den Kopf wegen eines gut aussehenden Geistlichen. Das wird man immer wieder. Ich glaube, ich muss versuchen, meine Erklärung ein wenig zu präzisieren, meinte Sir Henry, obgleich ich zugebe, dass es sich auch nur um eine Vermutung handelt. Meine Idee ist, dass Miss Barton immer ein wenig verwirrt oder sagen wir geistesgestört war. Es gibt mehr solche Fälle, als man denkt. Ihre Wahnvorstellungen wurden mit der Zeit stärker und sie begann es für ihre Pflicht zu halten, die Welt von gewissen Personen zu befreien. Vielleicht von den sogenannten Frauen mit Vergangenheit. Über Miss Rands Vergangenheit ist nicht gerade viel bekannt, also hatte sie vielleicht eine. Miss Barton erfährt davon und beschließt, sie zu beseitigen. Später steigen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Handlungsweise in ihr auf, und sie wird von Gewissensbissen geplagt. Ihr Ende zeigt, dass ihr Verstand völlig zerrüttet ist. Sind sie auch dieser Ansicht, Miss Marple? Leider nicht, Sir Henry bedauerte Miss Marple lächelnd. Meiner Meinung nach zeigt ihr Ende, dass sie eine kluge Frau war, zu ziehen verstand. Jane Hellyer unterbrach sie mit einem kleinen Aufschrei. Oh, ich bin ja dumm gewesen. Darf ich noch einmal raten? Erpressung! Das war's natürlich! Diese Gesellschafterin hat sie erpresst! Allerdings kann ich nicht verstehen, warum Miss Marple sagt, es sei klug, von ihr sich das Leben zu nehmen. Das kann ich ganz und gar nicht einsehen. Das glaube ich wohl, meinte Sir Henry, aber Miss Marple kannte wohl genauso einen Fall in St. Mary Mead. Sie machen sich über mich lustig, Sir Henry, sagte Miss Marple vorwurfsvoll, aber ich muss bekennen, dass es mich ein ganz klein wenig an die alte Mrs. Trout erinnert. Sie ließ sich nämlich in verschiedenen Gemeinden die Rente für drei alte Frauen auszahlen, die schon tot waren. Ein höchst kompliziertes und geistreiches Verbrechen, meinte Sir Henry, aber es scheint mir kein Licht auf unser gegenwärtiges Problem zu werfen. Ich weiß, für einen Außenseiter ist es schwer zu verstehen, aber die Familien waren sehr arm und die Rente war ein großer Segen für die Kinder. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, war, dass sich das Ganze um die Ähnlichkeit dreht, die eine alte Frau mit anderen alten Frauen hat. Wie war das doch gleich? fragte Sir Henry verwirrt. Ach, ich erkläre alles immer so schlecht. Ich wollte damit sagen, als Dr. Lloyd die beiden Damen zuerst beschrieb, wußte er sie nicht zu unterscheiden und ich vermute, dass es den anderen Gästen im Haus genauso erging. Nach ein paar Tagen wäre das natürlich anders geworden, aber gleich am nächsten Tag ertrank die eine der beiden und wenn die Überlebende erklärte, sie sei Miss Barton, so kam wahrscheinlich niemandem der Gedanke, dass sie es nicht sein könnte. Dann glauben sie also, ah, ich verstehe, sagte Sir Henry langsam, es ist die einzige natürliche Erklärung. Unsere liebe Mrs. Bantry begann soeben damit. Warum sollte auch eine reiche Brotgeberin die bescheidene Gesellschafterin ermorden? Umgekehrt, ist die Sache viel wahrscheinlicher. Ich meine, so ist das in den meisten Fällen. Wirklich? fragte Sir Henry. Sie schockieren mich. Mr. Rand musste natürlich Miss Bartons Kleider tragen, und die waren selbstverständlich etwas zu eng für sie, so dass es aussah, als sei sie ein wenig dicker geworden. Deshalb stellte ich vorhin die Frage. Ein Mann würde natürlich nicht vermuten, dass es an den Kleidern liegt, sondern denken, die Dame sei dicker geworden. Aber wenn Miss Durant tatsächlich Miss Barton ermordete, was erreichte sie dadurch? fragte Mrs. Bantry. Sie konnte diese Täuschung doch nicht für immer aufrecht aufrechterhalten. Sie hat sie nur für etwa einen Monat aufrechterhalten, gab Miss Marple zu bedenken, und während dieser Zeit ist sie wohl viel gereist und hat sich von allen fern gehalten, die sie kannten. Da, wie ich schon sagte, Damen in einem gewissen Alter sich sehr ähnlich sehen, ist niemandem das falsche Passbild aufgefallen, ganz abgesehen davon, dass Passbilder sowieso nicht viel und zog durch ihr merkwürdiges Verhalten die Aufmerksamkeit auf sich, damit die Leute, wenn sie ihre Kleider am Strand sahen und ihren letzten Brief lasen, nicht misstrauisch werden sollten, wenn... Wenn was, drängte Sir Henry? Wenn keine Leiche da war, sagte Miss Marple mit fester Stimme. Diese Tatsache hätte wohl jeden stutzig gemacht, wenn nicht diese vielen Ablenkungsmanöver mit Gewissensbissen und der Gleichen alle von der richtigen Spur entfernt hätten. Keine Leiche. Das war die wirklich bedeutsame Tatsache. Wollen Sie etwa sagen, fragte Mrs. Bantry, wollen Sie etwa sagen, dass sie keine Gewissensbisse hatte, dass sie überhaupt nicht ins Wasser gegangen ist? Genau das. Mit Mrs. Trout war es dasselbe. Auch sie verstand sich gut auf Ablenkungsmanöver, aber ich kam ihr auf die Schliche. Und ich habe auch die von Gewissensbissen gequälte Miss Barton durchschaut. Die und sich ertränken? Wahrscheinlich ist sie nach Australien gefahren, wenn ich einigermaßen gut raten kann. Das können Sie wirklich, Miss Marple, beteuerte Dr. Lloyd, ohne jeden Zweifel. Ich war ganz überrascht an jenem Tag in Melbourne. War das die letzte Koinzidenz, von der Sie am Anfang sprachen? Dr. Lloyd nickte. Ja, das war eine Pechsträhne für Miss Barton oder Miss Amy Durant, je nachdem, wie man sie bezeichnen will. Ich arbeitete eine Zeit lang als Schiffsarzt, und als ich in Melbourne ankam, fiel mein erster Blick auf die Dame, von der ich angenommen hatte, dass sie in Cornwall ertrunken sei. Sie erkannte, dass sie bei mir ausgespielt hatte, und handelte sehr kühn. Sie zog mich ins Vertrauen. Eine merkwürdige Frau, der ein moralisches Bewusstsein vollkommen abging, wie ich vermute. Sie war die älteste von neun Kindern, und ihre Familie jämmerlich arm. Sie hatten einmal ihre reiche Cousine in England Miss Barton um Hilfe angefläht, aber umsonst, da Miss Barton sich mit ihrem Vetter überworfen hatte. Sie brauchten unbedingt Geld, da die drei jüngsten Kinder zart waren und eine kostspielige ärztliche Behandlung nötig hatten. In jenem Augenblick scheint Amy Barton den Plan gefasst zu haben, ihre Cousine kaltblütig zu ermorden. Sie machte sich auf nach England und verdiente sich ihre Überfahrt damit, dass sie einen Posten als Kindermädchen annahm. In England nannte sie sich Amy Durant und es gelang ihr von Miss Barton als Gesellschafterin engagiert zu werden. Sie mietete sich Der Plan mit dem Ertränken beruhte auf einer plötzlichen Inspiration. Sie hatte schon die ganze Zeit auf eine Gelegenheit gewartet. Dann inszenierte sie den Schlussakt ihres Dramas und kehrte nach Australien zurück. Nach einer gewissen Zeit erbten sie und ihre Geschwister Miss Bartons Geld als nächste Verwandte. Ein sehr kühnes und perfektes Verbrechen bemerkte Sir Henry. Beinahe das perfekte Verbrechen. Wenn Miss Mary Barton auf den Kanarischen Inseln umgekommen wäre, hätte sich der Verdacht wahrscheinlich auf Amy Durant gerichtet und dann wäre ihre Verbindung mit der Familie Barton ans Licht gekommen. Doch der Wechsel der Persönlichkeit und das doppelte Verbrechen, wenn man es so nennen will, haben diese Gefahr gründlich beseitigt. Ja, fast das perfekte Verbrechen. Was geschah mit ihr? fragte Mrs. Bantry. Was haben Sie in der Angelegenheit unternommen, Dr. Lloyd? Ich befand mich in einer merkwürdigen Situation, Mrs. Bantry. Im Sinne des Gesetzes hatte ich immer noch keine Beweise. Auch erkannte ich als Arzt an gewissen Zeichen, dass die Dame, obwohl sie einen starken, kräftigen Eindruck machte, nicht mehr lange auf dieser Erde weilen würde. Ich begleitete sie nach Hause und lernte Verehrten und nicht die leiseste Ahnung hatten, dass sie eine Verbrecherin war. Warum sollte ich Kummer und Sorgen über diese Familie bringen, wenn ich nichts beweisen konnte? Das Bekenntnis der Dame mir gegenüber hatte niemand anders gehört. Ich ließ dem Schicksal seinen Lauf. Miss Amy Barton starb sechs Monate nach unserer Begegnung. Ich habe mich oft gefragt, ob sie wohl bis zum letzten Augenblick heiter und ohne Reue war. Sicherlich nicht, meinte Mrs. Bantry. Ich glaube doch, war Miss Marples Ansicht. Mrs. Trout war es jedenfalls. Jane Hellyer schüttelte sich ein wenig. Nun, das ist ja alles sehr, sehr spannend. Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Wer erträngte wen? Und was hat Mrs. Trout auf einmal damit zu tun? Nichts, meine Liebe, erwiderte Miss Marple, sie war nur eine Person, eine nicht sehr nette Person in unserem Dorf. Oh, meinte Jane, im Dorf, aber in einem Dorf passiert doch nie etwas, nicht wahr? Sie seufzte. Wenn ich in einem Dorf lebte, würde ich sicher vollständig verdummen. Die vier Verdächtigen Die schreien, Ex-Kommissar von Scotland Yard, saß schweigend da und drehte an seinem Schnurrbart oder streichelte ihn vielmehr. Dabei schmunzelte er, als ob ein heimlicher Gedanke ihn köstlich amüsiere. Sir Henry, wandte sich Mrs. Bantry zu guter Letzt an ihn, wenn Sie nicht bald Ihren Mund auftun, fange ich an zu schreien. Gibt es nicht eine ganze Menge Verbrechen, bei denen der Täter unbestraft entkommt? Sie denken an die Schlagzeilen in den Zeitungen Mrs. Bantry. Scotland Yard wieder auf falscher Fährte und dann folgt eine Aufzählung von ungesünden Verbrechen, die vermutlich in Wirklichkeit nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen, nicht wahr, meinte Dr. Lloyd. Ja, das stimmt. Die hunderte von Verbrechen, die aufgeklärt und deren Täter bestraft worden sind, werden selten besungen. nicht der strittige Punkt, nicht wahr? Unentdeckte Verbrechen und ungesühnte Verbrechen sind zwei verschiedene Dinge. Unter die erste Kategorie fallen alle Verbrechen, von denen Scotland Yard niemals etwas erfährt, Verbrechen, die begangen werden, ohne dass jemand etwas davon weiß. Aber die Zahl solcher Verbrechen ist wohl nicht sehr groß, meinte Mrs. Bantry. Haben Sie eine Ahnung? Sir Henry? Das ist doch nicht ihr Ernst. Ich möchte sagen, bemerkte Miss Marple nachdenklich, dass die Zahl sehr beträchtlich sein muss. Die charmante alte Dame mit ihrer ruhigen altjungferlichen Art machte diese Feststellung in äußerst gelassenem Ton. Aber meine liebe Miss Marple rief der Colonel erstaunt. Natürlich gibt es eine Reihe von dummen Leuten und dumme Leute fallen meistens herein. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele kluge Leute und es überläuft einen ganz kalt, wenn man daran denkt, was sie alles fertig bringen können, falls sie nicht tief eingewurzelte Prinzipien haben. Ja, stimmte Sir Henry zu, es gibt sehr viele Leute, die nicht dumm sind. Wie oft kommt ein Verbrechen nur an den Tag, weil jemand unglaublich gestümpert hat, und jedes Mal fragt man sich, hätte man je etwas davon erfahren, wenn die Sache nicht verpfuscht worden wäre? Das ist aber eine sehr ernste Angelegenheit, Glithering, bemerkte Colonel Bantry, in der Tat eine sehr ernste Angelegenheit. Meinen Sie? Was soll das heißen, meinen Sie? Natürlich ist die Sache ernst. Sie sagen, der Verbrecher kommt ungestraft davon. Ist das aber so? Vielleicht wird er nicht vom Gesetz bestraft. Aber der Zusammenhang von Ursache und Wirkung gilt auch außerhalb des Gesetzes. Jedes Verbrechen birgt seine eigene Strafe in sich. Das ist vielleicht ein Klischee, aber meiner Ansicht nach trifft es zu. Möglich, möglich, erwiderte Colonel Bantry. Aber das beeinträchtigt nicht den Ernst der Frage. Er brach in einiger Verlegenheit ab. Sir Henry Glithering lächelte. 99% der Menschen sind zweifellos ihrer Meinung, sagte er. Aber wissen Sie, in diesen Fällen ist die Schuld nicht so wichtig wie die Unschuld. Das macht sich niemand so richtig klar. Das verstehe ich nicht, erklärte Jane Halleyer. Aber ich, sagte Miss Marple, als Mrs. Trent entdeckte, dass eine halbe Krone aus ihrer Handtasche verschwunden war, hatte Mrs. Arthur die Putzfrau am meisten darunter zu leiden. Die Trends hatten sie natürlich in Verdacht, aber da sie freundliche Menschen waren und wussten, dass sie eine große Familie und einen Trinker zum Mann hatte, wollten sie die Sache nicht aufbauschen. Aber ihre Einstellung ihr gegenüber änderte sich, und sie ließen das Haus nicht mehr in ihre Obhut, wenn sie verreisten, wodurch sie natürlich einen ziemlichen Verdienst Ausfall hatte. Und andere Leute wurden dadurch ebenfalls in ihrem Verhalten ihr gegenüber beeinflusst. Und dann stellte es sich plötzlich heraus, dass es die Gouvernante war. Mrs. Trent sah durch eine Tür ihr Spiegelbild, der reinste Zufall. Obgleich ich es lieber Vorsehung nenne, und das ist es, glaube ich, was Sir Henry im Sinn hat. Die meisten Menschen würden sich nur dafür interessieren, wer das Geld nahm, und es war gerade die unwahrscheinlichste Person, genau wie in Detektivgeschichten. Aber die Person, für die es die Hölle auf Erden bedeutete, war die arme Mrs. Arthur, die ganz unschuldig war. Das hatten sie doch gemeint, nicht was Sir Henry. Ja, Miss Marple, Sie haben wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Putzfrau in dem von Ihnen erwähnten Beispiel konnte noch von Glück reden, ihre Unschuld wurde erwiesen, aber andere müssen ihr ganzes Leben lang unter der Last eines Verdachtes leiden, der wirklich ungerechtfertigt ist. Haben Sie etwa einen besonderen Fall dabei im Sinn, Sir Henry? fragte Mrs. Bantry verschmitzt. Allerdings Mrs. Bantry. Ein merkwürdiger Fall. Ein Fall, bei dem wir glauben, dass ein Mord begangen worden ist und bei dem wir keinerlei Chancen haben, es je beweisen zu können. Gift wahrscheinlich, hauchte Jane, etwas, das keine Spuren hinterlässt. Sir Henry schüttelte den Kopf. Nein, nicht das geheimnisvolle Pfeilgift der südamerikanischen Indianer. Ich wollte, es wäre etwas derartiges. Wir haben es mit etwas zu tun, das weit prosaischer ist. In der Tat so prosaisch, dass keine Hoffnung besteht, den zu überführen. Es handelt sich um einen alten Herrn, der die Treppe hinunter fiel und sich das Genick brach, einer jener bedauerlichen Unfälle, die jeden Tag vorkommen können. Aber was ist in Wirklichkeit geschehen? Wer kann das sagen? Sir Henry zuckte die Achseln. Ein Stoß von hinten, ein über die Treppe gespannter und nachher sorgfältig entfernter Bindfaden, das werden wir niemals Aber warum? fragte Dr. Lloyd. Das ist eine reichlich lange Geschichte, aber nun ja, wir sind unserer Sache ziemlich sicher. Wie gesagt, besteht leider keine Chance, den Täter zu überführen, das Beweismaterial ist zu fadenscheinig. Aber da ist die andere Seite des Falles zu berücksichtigen, die Seite, von der wir vorhin sprachen. Es handelt sich nämlich um vier Personen, die diese Tat begangen haben könnten. Eine davon sind unschuldig. Und wenn die Wahrheit nicht an den Tag kommt, ruht auf den anderen drei der schreckliche Schatten des Verdachts. Ich glaube, schlug Mrs. Bantry vor, es ist besser, wenn sie uns ihre lange Geschichte erzählen. Ich brauche sie ja nicht so ausführlich zu schildern, meinte Sir Henry. Auf jeden Fall kann ich den Anfang abkürzen. Es handelt von einer deutschen Geheimgesellschaft, der schwarzen Hand, etwas ähnliches wie die Camorra oder was die meisten sich unter Camorra vorstellen. Sie arbeitet mit Erpressung und Terror. Die Geschichte fing kurz nach dem Kriege an und verbreitete sich in erstaunlicher Weise. Zahllose Menschen fielen ihr zum Opfer. Den Behörden gelang es nicht, sie auszurotten, denn ihre Geheimnisse wurden ängstlich gehütet und es war fast unmöglich jemanden zu finden, der sich dazu bewegen ließ, sie zu verraten. In England wusste man nicht viel darüber, aber in Deutschland übte die Gesellschaft eine höchst lähmende Wirkung aus. Letzten Endes wurde sie durch die Anstrengung eines einzigen Mannes aufgespürt und zerstreut. Dieser Mann hieß Dr. Rosen und er hatte einst eine prominente Rolle im Geheimdienst gespielt. Er wurde Mitglied der Gesellschaft, konnte ihre innersten Kreise vordringen und führte so ihren Untergang herbei. Infolgedessen war er ein gezeichneter Mann und man hielt es für ratsam, dass er Deutschland verließ, wenigstens eine Zeit lang. Er kam nach England und wir erhielten von der Berliner Polizei den Bericht über ihn. Mit mir hatte er eine persönliche Unterredung. Er war sehr gelassen und gefasst und hegte nicht den geringsten Zweifel darüber, was die Zukunft für ihn barg. Sie werden mich schon kriegen, Sir Henry, sagte er, darüber bin ich nicht im Zweifel. Er war ein kräftiger Mann, mit einem guten Kopf und einer tiefen Stimme. Ein leichter Akzent verriet seine eigentliche Nationalität. Das steht fest, aber es macht nichts, ich bin darauf gefasst. Dieses Risiko bin ich eingegangen, als ich die Aufgabe übernahm. Ich habe mein Vorhaben ausgeführt, die Organisation kann niemals wieder zusammengeschweißt werden, aber viele ihrer Mitglieder sind auf freiem Fuß und sie werden sich auf die einzige Art und Weise rächen, die ihnen zu Gebote steht, sie werden mir das Leben nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich möchte gern, dass die spannende Zeit, die mir bleibt, recht lang sei. Ich sammle nämlich zwecks späterer Veröffentlichung sehr interessantes Material, das meine Lebensarbeit darstellt. Er sprach sehr schlicht und mit einer gewissen Würde, die ich nur bewundern konnte. Ich sagte ihm, dass wir alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen würden, doch er winkte ab. Früher oder später werden Sie mich finden und dann töten Sie mich wiederholte er. Wenn es passiert ist, machen Sie sich bitte keine Vorwürfe, denn Sie werden zu meinem Schutze sicherlich alles getan haben, was in ihrer Macht steht. Dann schilderte er mir seine Pläne. Er hatte vor, ein kleines Haus auf dem Land zu kaufen, wo er in Ruhe seiner Arbeit nachgehen konnte. Schließlich wählte er ein Dorf in Summerset, Kings Gnaton, das zehn Kilometer von der nächsten Eisenbahnstation entfernt lag und von der Zivilisation kaum berührt war. Er kaufte ein reizendes Häuschen, in dem er allerlei Verbesserungen und Veränderungen vornehmen ließ und richtete sich dort gemütlich ein. Zu seinem Haushalt gehörten seine Nichte Greta, sein Sekretär, eine ältere deutsche Haushälterin, die ihm beinahe vierzig Jahre lang treu gedient hatte, und ein nicht im Haus wohnender Gärter, der aus Kings Gnaton stammte. Die vier Verdachtspersonen, murmelte Dr. Lloyd, ganz richtig, die vier Verdachtspersonen. Fünf Monate lang führten sie in Kings Gnaton, und dann geschah das Unglück. Dr. Rosen fiel eines Morgens die Treppe hinunter und wurde erst eine halbe Stunde später tot aufgefunden. Zu der Zeit, als der Unfall passiert sein musste, war Gertrude in der Küche, und da die Tür geschlossen war, hörte sie nicht, so lautet ihre Aussage. Greta war im Garten und pflanzte einige Blumenzwiebeln, wiederum ihre Aussage. Dobbs, der Gärtner, war in dem kleinen Schuppen, in dem die Blumen umgepflanzt wurden, und nahm gerade einen kleinen Happen zu sich, seine Aussage. Und der Sekretär machte einen Spaziergang. Auch hier müssen wir seinen eigenen Worten Glauben schenken. Keiner hatte ein Alibi, keiner vermag die Aussage des anderen zu bestätigen, aber eines steht fest. Niemand von außerhalb hätte es tun können, denn ein Fremder wäre in dem kleinen Dorf Kings Gnaton mit tödlicher Sicherheit bemerkt worden. Die Vordertür und die Hintertür des Hauses waren beide abgeschlossen. Jeder im Haus hatte einen eigenen Schlüssel. Wie Sie sehen, kommt also nur eine der genannten Personen in Betracht, und doch scheint jeder einen einwandfreien Charakter zu haben. Greta, die Tochter seines eigenen Bruders, Gertrude, die ihm vierzig Jahre lang treu gedient hatte, Dobbs, der niemals aus Kings Gnaton herausgekommen war, und Charles Templeton, der Sekretär. Ja, unterbrach Colonel Bantry die Erzählung, wie steht's mit ihm? Er scheint mir die verdächtlichste Person zu sein. Was wissen Sie über ihn? Gerade das, was ich über ihn wusste, stellte ihn außerhalb jeglichen Verdachts, wenigstens damals, erwiderte Sir Henry Ernst. Templeton war nämlich einer meiner eigenen Leute. Oha! Colonel Bantry war sichtlich betroffen. Ja, ich wollte jemanden an Ort und Stelle haben, ohne Aufsehen im Dorf zu erregen. Rosen brauchte wirklich einen Sekretär, also übertrug ich Templeton diese Aufgabe. Er ist ein Gentleman, spricht fließend Deutsch und ist überhaupt ein fähiger Mann. Welchen von Ihnen verdächtigen Sie dann aber? fragte Mrs. Bantry verwirrt. Alle scheinen so, naja, über jeden Verdacht erhaben. Ja, es hat den Anschein, aber man kann die Sache auch von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten. Greta war zwar seine Nichte und außerdem ein reizendes Mädchen, aber der Krieg hat uns immer wieder gezeigt, dass Bruder sich gegen Schwester oder Vater sich gegen Sohn wenden kann, und die reizendsten und sanftesten jungen Mädchen haben sich oft erstaunliche Dinge geleistet. Dasselbe lässt sich auf Gertrude anwenden, und wer weiß, was in ihrem Fall alles mitspielt. Vielleicht ein Streit mit ihrem Herrn, ein wachsender Groll, der umso tiefer saß, als sie ihm so viele Jahre treu gedient hatte. Ältere Frauen dieser Klasse können manchmal recht verbittert sein, und Dobbs ist er unbedingt aus der Sache heraus, nur weil er mit der Familie nichts zu tun hatte. Mit Geld kann man viel erreichen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man sich an Dobbs herangemacht und ihn bestochen hat, denn eines scheint sicher, irgendeine Botschaft oder ein Befehl muss von außen hereingekommen sein. Warum hatte man Dr. Rosen sonst fünf Monate lang ungeschoren gelassen? Nein, die Agenten der Gesellschaft mussten am Werk gewesen sein, vielleicht waren sie vorher noch nicht ganz sicher, dass es Rosen war, der sie verraten hatte und haben gewartet, bis es einwandfrei erwiesen war. Und dann, als alle Zweifel beseitigt waren, mussten sie ihre Botschaft an ihren Verbündeten innerhalb der Tore geschickt haben. Die Botschaft, die lautete Töte. Wie schrecklich, rief Jane Hellyer schaudernd aus. Aber wie ist die Botschaft hineingelangt? Das war der Punkt, den ich zu klären suchte. Darin lag meine einzige Hoffnung, das Problem zu lösen. Mit einer dieser vier Personen musste man sich in Verbindung gesetzt haben. Sobald der Befehl gekommen war, wurde er unverzüglich ausgeführt. Das wusste ich. Das war eine Eigentümlichkeit der schwarzen Hand. Ich beschäftigte mich mit dieser Frage, und zwar in einer Weise, die sie wahrscheinlich für lächerlich pedantisch halten ließ niemanden aus. Hier ist die Liste. Er zog einen Umschlag aus der Tasche und entnahm ihm einen Bogen Papier. Der Metzger, der ein Stück Handelbraten brachte, geprüft und als korrekt befunden. Der Bote vom Lebensmittelladen, der ein Paket Grieß, zwei Pfund Zucker, ein Pfund Butter und ein Pfund Kaffee ablieferte, ebenfalls nachgeprüft und für richtig befunden. Der Postbote, Brief aus dem Dorf für Gertrude, drei Briefe für Dr. Rosen, einer davon mit einer ausländischen Briefmarke und zwei Briefe für Mr. Templeton, einer davon ebenfalls mit einer ausländischen Marke. Sir Henry hielt inne und nahm ein ganzes Bündel von Papieren aus dem Umschlag. Vielleicht haben Sie Interesse daran, sich diese Dokumente selbst anzusehen. Sie wurden mir von den verschiedenen Beteiligten gegeben oder aus dem Papierkorb gefischt. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass sie von Fachleuten auf unsichtbare Tinte hin untersucht worden sind, derartige Tricks sind ausgeschlossen. Alle drängten sich um ihn herum, um einen Blick in die Papiere zu tun. Die Drucksachen kamen von einer Gärtnerei und von einem bekannten Londoner Pelzgeschäft. Zwei von den an Dr. Rosen gerichteten Briefen waren Rechnungen, eine aus dem Geschäft für Sämereien und die andere von einer Londoner Schreibwaren Firma. Der an ihn gerichtete Brief lautete wie folgt. Mein lieber Herr Rosen, komme gerade zurück von Dr. Helmut Spath. Kürzlich habe ich Edgar Jackson gesehen. Er und Amos Perry sind soeben aus Dringtau zurückgekehrt, wo sie Honesty getroffen haben. Wie ich ihnen schon vorher sagte, hüten sie sich vor einer gewissen Person. Sie wissen Gina. »Mr. Templetons Post«, fuhr Sir Henry fort, »bestand aus dieser Rechnung, die, wie Sie sehen, von seinem Schneider stammt, und einem Brief von einem Freund in Deutschland. Diesen Brief hat er leider auf seinem Spaziergang zerrissen. Und zuletzt haben wir hier den an Gertrude adressierten Brief. »Liebe Frau Swartz, wir hoffen, dass Sie Freitagabend zu unserem geselligen Abend von der Kirche kommen können. Der Pastor sagt, er hofft es auch. Jeder herzlich willkommen. Das Rezept für den Schinken war sehr gut. Besten Dank. Hoffe, dass dies Sie bei bestem Wohlbefinden antrifft. Hoffe, wir sehen Sie Freitag mit bestem Gruß Emma Green. Dr. Lloyd und Mrs. Bantry schmunzelten ein wenig über diese Epistel. »Ich glaube, dieser Brief ist völlig harmlos«, meinte Dr. Lloyd. »Ganz meiner Meinung«, bestätigte Sir Henry. Dennoch war ich vorsichtig und habe Kirchenabend gegeben hat. Man kann nie vorsichtig genug sein. Das behauptet unsere Freundin Miss Marple ja auch immer, bemerkte Dr. Lloyd lächelnd. Sie sind wieder einmal in Gedanken versunken, Miss Marple. Worüber grübeln Sie nun nach? Miss Marple fuhr zusammen. Oh, ich musste nur an die etwas merkwürdigen Namen in Dr. Rosens Brief denken. Mrs. Bantry blickte sie aufmerksam an und plötzlich huschte etwas wie eine Erleuchtung über ihre Züge. Oh, ja, stieß sie hervor. Ja, meine Liebe, ich dachte mir schon, dass es Ihnen auch auffallen würde. Der Brief enthält eine ausgesprochene Warnung, bemerkte Colonel Bantry. Das ist das Erste, was meine Aufmerksamkeit erregte. Ich merke mehr, als man denkt. Ja, eine ausgesprochene Warnung. Vor wem? Mit diesem Brief hat es eine etwas merkwürdige Bewandtnis, erklärte Sir Henry. Nach Templetons Aussage öffnete Dr. Rosen den Brief am Frühstückstisch und warf ihn zu ihm herüber, mit der Begründung, er habe keine Ahnung, wer der Bursche sei. Aber es war kein Bursche, sagte Jane Hellyer. Die Unterschrift lautete doch Georgina. Es ist schwer zu entziffern, meinte Dr. Lloyd. Man könnte auch Georgie daraus lesen, aber es sieht doch wohl mehr wie Georgina aus. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es eine Männerhandschrift ist. Das ist ja interessant, ließ Colonel Bantry sich hören. Dass er den Brief über den Tisch geworfen und so getan hat, als wisse er von nichts, wollte wohl jemanden beobachten. Wen? Das Mädchen oder den Mann? Oder gar die Köchin? warf Mrs. Bantry ein. Sie war vielleicht auch im Zimmer und brachte einartig. Sie blickte stirnrunzelnd auf den Brief. Miss Marple rückte näher an sie heran und deutete mit dem Finger auf einige Stellen des Briefes. Dann steckten beide die Köpfe zusammen. Aber warum hat der Sekretär den anderen Brief zerrissen? fragte Jane Hellyer plötzlich. Das kommt, ich weiß nicht, das kommt mir doch sehr merkwürdig vor. Und warum erhält er überhaupt Briefe aus Deutschland? Aber wenn er, wie Sie sagen, über jeden Verdacht erhaben ist, das hat Sir Henry nicht gesagt, warf Miss Marple rasch dazwischen und unterbrach für eine Weile ihre gemurmelte Konferenz mit Mrs. Bantry. Er hat von vier Verdachtspersonen geredet. Das deutet darauf hin, dass er Mr. Templeton einbezogen hat. Habe ich recht, Sir Henry? Ja, Miss Marple, aus bitterer Erfahrung habe ich eines gelernt, niemanden in solchen Fällen vom Verdacht auszuschließen. Ich habe Ihnen vorhin einige Gründe angeführt, warum drei von diesen Leuten doch schuldig sein könnten, so unwahrscheinlich es auch aussieht. Charles Templeton hatte ich zuerst vom Verdacht ausgenommen. Doch ein Gedenk meines soeben erwähnten Grundsatzes nahm ich auch ihn unter die Lupe. Ich hielt mir vor Augen, dass jede Armee, jede Marine, jede Polizeitruppe eine gewisse Zahl von Verrätern in ihren Reihen hat, wenn wir es auch höchst ungern zugeben. Also prüfte ich unbefangen alle gegen Charles Templeton gerichteten Verdachtsmomente. Ich stellte mir dieselbe Frage wie Miss Hellyer. Warum war er als einziger im ganzen Haus nicht in der Lage, den von ihm erhaltenen Brief vorzuzeigen, einen Brief, der überdies eine deutsche Briefmarke trug? Warum bekam er überhaupt Briefe aus Deutschland? Da die letzte Frage harmlos war, stellte ich sie ihm tatsächlich. Er hatte eine ganz einfache Erklärung. Die Schwester seiner Mutter sei mit einem Deutschen verheiratet, und der Brief stamme von einer deutschen Cousine. Auf diese Weise erfuhr ich etwas, das ich bis dahin noch nicht gewusst hatte, nämlich dass Charles Templeton Beziehungen auf die Liste der Verdächtigen. Er ist zwar einer von meinen Leuten, ein junger Mann, den ich immer gern mochte und dem ich volles Vertrauen schenkte, aber ich muss zugeben, dass er an der Spitze meiner Liste steht. Aber wer der Schuldige ist, das weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich es niemals herausbekommen. Es handelt sich hier nicht mal wichtiger erscheint. Die Vernichtung der ganzen Karriere eines vielleicht ehrenwerten Mannes, durch einen Verdacht, einen Verdacht, den ich nicht ignorieren darf. Miss Marple räusperte sich und sagte sanft, wenn ich sie richtig verstehe, Sir Henry, ist es nur dieser junge Mr. Templeton, um den sie sich so viele Sorgen machen. In gewissem Sinne ja. Theoretisch sollte es für alle dasselbe sein, aber in der Praxis verhält er sich anders. Denken wir zum Beispiel einmal an Dorps. Ich mag gegen ihn Verdacht hegen, aber das hat weiter keinen Einfluss auf seinen Beruf. Niemand im Dorf hat je vermutet, dass Greta Greta ein sehr hübsches junges Mädchen und Charles Templeton ein gut aussehender junger Mann. Fünf Monate lang waren sie ohne äußere Ablenkung aufeinander angewiesen. Das Unvermeidliche geschah. Sie verliebten sich ineinander, wenn sie es sich auch noch nicht in Worten eingestanden haben. Dann kam die Katastrophe. Es ist inzwischen drei Monate her und ein paar Tage, nachdem ich in den Ruhestand getreten war, suchte Greta Rosen mich auf. Sie hatte das Häuschen verkauft, die Angelegenheiten ihres Onkels in Ordnung gebracht und war im Begriff nach Deutschland zurückzukehren. Sie kam zu mir, obwohl sie wusste, dass ich in den Ruhestand getreten war, denn sie wollte eine ganz persönliche Sache mit mir besprechen. Sie ging zunächst wie die Katze um den heißen Brei, aber schließlich packte sie aus. Was ich eigentlich von dem Brief halte, sie habe sich schon die schlimmsten Gedanken darüber gemacht, sie meine diesen Brief mit der deutschen Marke, den Charles zerrissen habe, ob das wohl in Ordnung sei, natürlich musste es nicht mysteriös sein, selbstverständlich glaube sie seinen Worten, aber wenn sie doch bloß wüsste, wenn sie es doch mit Bestimmtheit wüsste. Sehen sie? Dasselbe Gefühl, der Wunsch, ihm Vertrauen zu schenken, aber gleichzeitig der unbestimmte, lauernde Verdacht, der, obwohl resolut zurückgedrängt, doch immer wieder zum Vorschein kommt. Ich sprach ganz offen mit ihr über die Angelegenheit und bat sie dasselbe zu tun. Ich fragte sie, ob sie sich zueinander hingezogen gefühlt hätten. Ich glaube wohl, erwiderte sie. Oh ja, ich weiß es ganz genau. Wir waren so glücklich. Jeder Tag verlief in Zufriedenheit. Wir wussten es, beide wussten wir es. Wir hatten keine Eile. Das ganze Leben lag ja vor uns. Eines Tages würde er es mir schon sagen, dass er mich liebte und ich würde ihm auch meine Liebe gestehen. Aber jetzt ist alles so anders. Eine schwarze Wolke hat sich zwischen uns gedrängt. Wir sind befangen. Wenn wir uns begegnen, wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Vielleicht da geht es ihm ähnlich wie mir. Vielleicht sagt jeder von uns, wenn ich nur sicher wäre. Deshalb möchte ich Sie, Sir Henry, bitten, mir zu sagen, wer Ihren Onkel auch getötet haben mag, es war nicht Charles Templeton. Sagen Sie es mir bitte, oh sagen Sie es mir doch bitte. Und verflickst noch mal, rief Sir Henry und schlug heftig mit der Faust auf den Tisch, ich konnte es ihr nicht sagen. Sie werden sich einander immer mehr entfremden, diese beiden, während der Verdacht wie ein Geist zwischen ihnen schwebt, ein Geist, der nicht gebannt werden kann. Mit müdem, grauem Gesicht lehnte er sich in seinen Sessel zurück und schüttelte ein paar Mal verzagt den Kopf. Und man kann nichts weiter tun, es sei denn, er richtete sich wieder auf und ein Schmunzeln huschte über sein Gesicht, es sei denn, Miss Marple kann uns helfen. Wie ist's, Miss Marple? Ich habe nämlich das Gefühl, als ob der Brief gerade das Gegebene für sie sei, der mit der kirchlichen Geselligkeit. Erinnert er sie nicht an jemanden oder an etwas, das die ganze Angelegenheit mit einem Schlag aufklärt? Können sie nicht zwei hilflosen jungen Menschen zu ihrem Glück verhelfen? Hinter seiner scherzenden Art verbarg sich ein gewisser Ernst. Er hatte nämlich eine ziemliche Hochachtung vor dem scharfen Verstand der zarten, ein wenig altmodisch wirkenden Miss Marple gewonnen. Mit hoffnungsvollem Ausdruck blickte er zu ihr hinüber. Miss Marple räusperte sich und strich ihr Spitzenfisch schuhglatt. »Er erinnert mich tatsächlich ein wenig an Annie Pulteney«, gab sie zu. »Natürlich ist der Brief völlig klar, wenigstens für mich und Mrs. Bantry. Ich meine nicht den Brief von dem geselligen Abend, sondern den anderen.« »Sie, Sir Henry, der Sie so viel in London leben und kein Gärtner sind, haben es wahrscheinlich nicht bemerkt.« »Wie«, fragte Sir Henry, »was habe ich denn nicht bemerkt?« Mrs. Bantry streckte ihre Hand nach einer der beiden Drucksachen aus, schlug den Katalog auf und las voller Eifer daraus vor. »Dr. Helmut Spath, reines Lila, eine wunderbar schöne Blüte auf einem ungewöhnlich langen und steifen Stil, herrliche Schnittblumen und sehr dekorativ im Garten, eine neue Art von auffallender Schönheit. Edgar Jackson, schön geformte Chrysanthemenartige Blüte von ausgesprochen ziegelroter Farbe. Amos Perry, leuchtend rot, sehr dekorativ. Trinktau, ein leuchtendes Orangerot, auffallende Gartenpflanze und eine sich lange haltende Schnittblume. Honesty, rosa und weiße Schattierungen, seltene und vollendet geformte Blüte.« Mrs. »Und die Anfangsbuchstaben bilden das Wort »Death«, »Tot«, erklärte Miss Marple. »Aber der Brief war doch an Dr. Rosen selbst gerichtet«, wandte Sir Henry ein. »Das war ja gerade das Schlaue daran«, erwiderte Miss Marple. »Das und die Warnung darin. Was würde Dr. Rosen tun, wenn er einen Brief von einem Unbekannten bekam, der voller Namen steckte, die ihm ebenfalls fremd waren, ihn natürlich an seinen Sekretär weiterreichen?« »Dann war es also doch der«, »oh nein«, sagte Miss Marple, »nicht der Sekretär. Wenn er es gewesen wäre, hätte er den Brief niemals in ihre Hände geraten lassen. Ebenso wenig hätte er einen an sich gerichteten Brief mit einer deutschen Marke zerstört. Nein, seine Unschuld, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, strahlt geradezu.« »Wer ist es aber dann?« »Nun, es ist ziemlich sicher. So sicher, wie überhaupt etwas in dieser Welt sein kann. Es saß noch eine andere Person am Frühstückstisch, die, was unter Umständen ganz natürlich war, ihre Hand nach dem Brief ausstrecken und ihn lesen würde, und damit war die Sache erledigt. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, bekam sie einen Gartenkatalog mit derselben Post.« »Greta Rosen«, sagte Sir Henry langsam vor sich hin, »dann war Ihr Besuch bei mir also...« »Männer durchschauen so etwas nicht«, erklärte Miss Marple. »Und ich fürchte, Sie halten ältere Damen oft für gehässig und boshaft, weil wir einen Blick für diese Dinge haben. Aber so ist das nun einmal. Man weiß leider sehr viel über sein eigenes Geschlecht. Zweifellos hatte sich eine Schranke zwischen ihnen aufgerichtet. Der junge Mann empfand plötzlich eine unerklärliche Abneigung. Er schöpfte rein instinktiv Verdacht und konnte diesen Verdacht nicht verbergen. Und ich nehme wirklich an, dass das Mädchen seinen Besuch bei Ihnen aus reiner Bosheit machte. Sie war ja eigentlich frei von Verdacht. Aber sie tat ein Übriges, um ihren Verdacht mit Bestimmtheit auf den armen Mr. Templeton zu lenken. Vor Ihrem Besuch war Ihr Verdacht gegen den jungen Mann noch gar nicht so ausgeprägt. »Sie hat aber gar nichts gesagt«, begann Sir Henry. »Männer«, unterbrach Miss Marple ihn seelenruhig, »durchschauen diese Dinge nicht.« »Und dieses Mädchen«, erhielt inne, »sie begeht einen kaltblütigen Mord und kommt ungestraft davon.« »Oh nein, Sir Henry«, widersprach Miss Marple, »nicht ungestraft. Weder Sie noch ich glauben das. Denken Sie doch daran, was Sie vorhin gesagt haben. Nein, Greta Rosen wird Ihrer Strafe nicht entgehen. Zunächst einmal muss sie sich mit sehr merkwürdigen Menschen eingelassen haben, Erpresser und Terroristen, Gefährten, die nicht gut für sie sind und durch die sie wahrscheinlich zu einem schlechten Ende kommen wird. Aber, wie Sie schon sagten, man darf seine Gedanken nicht an den Schuldigen verschwenden, die Unschuldigen sind wichtiger. »Mr. Templeton wird wohl die deutsche Cousine heiraten. Das Zerreißen des Briefes sieht mir ein wenig, nun ja, verdächtig aus, aber in einem anderen Sinne, als wir das Wort den ganzen Abend gebraucht haben. Es ist, als fürchtete er, dass Greta ihn zu sehen bekommen würde. Ja, ich glaube, es muss ein romantisches Verhältnis zwischen ihnen bestanden haben. Und dann ist da ja noch Dobbs. Wie Sie schon sagten, wird es für ihn nicht so viel ausmachen. Eine Wurst und ein Glas Wein spielen für ihn wohl eine größere Rolle. Aber Gertrude, das ist schon etwas anderes. Die arme, alte Gertrude, die mich an Annie Pulteney erinnerte. Arme Annie Pulteney. Fünfzig Jahre treu gedient und dann verdächtigt, Mrs. Lambs Testament beiseite geschafft zu haben, obgleich nichts bewiesen werden konnte. Es brach dem treuen Geschöpf beinahe das Herz. Und nach ihrem Tod kam dann das Testament zum Vorschein, und zwar in der Geheimschublade der Teebüchse, wohin die alte Miss Lamp es selbst der Sicherheit wegen gelegt hatte. Aber für die arme Annie kam die Entdeckung zu spät. Das beunruhigt mich so sehr bei der armen, alten deutschen Frau. Im Alter wird man sehr leicht verbittert. Sie tut mir weitaus mehr leid als Mr. Templeton, der noch jung ist, gut aussieht und bei den Damen einen Stein im Brett zu haben scheint. Sie werden jedoch schreiben, Sir Henry nicht wahr, und ihr sagen, dass ihre Unschuld sich einwandfrei erwiesen hat. Ihr lieber alter Herr tot, und sie wahrscheinlich am Grübeln, und dazu noch unter der Last des Verdachts ihn. »Oh, der Gedanke ist unerträglich!« »Ich werde ihr schreiben,« Miss Marple, versprach Sir Henry und sah sie fragend an. »Wissen Sie, ich werde sie niemals ganz verstehen. Ihre Schlussfolgerungen entsprechen nie meinen Erwartungen.« »Meine Schlussfolgerungen sind leider sehr begrenzt,« sagte Miss Marple bescheiden, »ich komme so selten aus St. Mary Mead heraus.« »Und doch haben Sie ein, man möchte fast sagen, internationales Geheimnis aufgeklärt,« entgegnete Sir Henry. »Denn Ihre Lösung ist richtig, davon bin ich überzeugt.« Miss Marple errötete. Dann warf sie den Kopf ein wenig in den Nacken. »Für die Verhältnisse der damaligen Zeit bin ich, nach meinem Dafürhalten, sehr gut erzogen worden. Meine Schwester und ich hatten eine deutsche Erzieherin, ein Fräulein, ein sehr sentimentales Geschöpf. Sie brachte uns die Blupensprache bei, eine höchst charmante Wissenschaft, die aber heutzutage in Vergessenheit geraten ist. Eine gelbe Tulpe bedeutet zum Beispiel hoffnungslose Liebe, während eine chinesische Aster besagt, »ich sterbe zu deinen Füßen aus Eifersucht.« Dieser Brief ist mit Georgina unterzeichnet, und das bedeutet im Deutschen so viel wie Dahlie. Dadurch wurde das Ganze völlig klar. Ich wollte, ich könnte mich an die Bedeutung der Dahlie erinnern, aber leider komme ich nicht darauf. Mein Gedächtnis lässt nach. Auf jeden Fall bedeute das Wort nicht Tod. Allerdings nicht. Grässlich, nicht wahr? Es gibt doch sehr viel Trauriges in der Welt. »Das stimmt«, pflichtete Mrs. Banfrey ihr seufzend bei. »Man kann von Glück sagen, dass man Blumen und Freunde hat.« »Uns nennt sie an zweiter Stelle, wie sie bemerken«, warf Dr. Lloyd ein. »Ein Mann schickt mir jeden Abend purpurfarbene Orchideen ins Theater«, erwähnte Jane träumerisch. »Ich erwarte, Ihre Gunst bedeutet das«, erklärte Miss Marple liebhaft. Sir Henry bekam einen merkwürdigen Hustenreiz und wandte den Kopf ab. Plötzlich rief Miss Marple, »Oh, es ist mir wieder eingefallen. Dahlie bedeutet Verrat und falsche Angaben.« »Wunderbar«, sagte Sir Henry, »einfach wunderbar«, und er seufzte.